So, Moin Moin, Vollgeist Aufnahme gestartet, Stream mit Salos Rallo. Hi, du bist doch vorbereitet angeblich. Ich habe einmal einen Energy Drink einer Marke mit C-O-L-A. Wow. Dann habe ich hier Bärlauchkäsebrötchen, die unsichtbar sind. Dieser Stream wird von Bärlauchbrötchen... Und Mineralwasser. Und Mineralwasser. Und ich bin nicht im Familienmodus und mein Handy ist fast runtergeflogen. Was zum Geier, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Ja, äh... Muss ich nur noch checken, wie das mit dem Einladen geht. Ich weiß auch nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. Ich lade dich ein und hoffe, dass das jetzt gleich so funktioniert, so über Epic irgendwie. Ja, perfekt. Läuft. Wahnsinn, Alter. Du bist jetzt der Leader, ne? Ach so, wenn man den Ventilator hört, Pech gehabt, fickt euch. Das ist warm. Ja, dann haben wir Pech einfach an der Stelle. Ja, genau. Bei dir ist es so warm und bei mir ist es tatsächlich so abgestürzt. Ja, hier auch, aber ich bin in einem der wärmsten Räume des Hauses. Ach schon. Aber wir haben jetzt die Wärme und wenn ich jetzt, ja, die Fenster ist halt zu, alles zu. Und dann staut sich die zu natürlich noch. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Hauptprogramm, Truppshow oder Duo-Trupps zu machen. Mach mal alles. Mach mal alles. Und dann gibt es noch Rollkommando. Ja, gut, Rollkommando ist anscheinend nur das, diese komischen Walzen ausweich gedünstet. Na ja, gut, probieren wir einfach mal. Ich hoffe, der Ton passt einigermaßen. Wir müssten vielleicht gleich mal reinhören zwischendurch. Ja. Oh. Aber, ja, mach einfach. Ich esse dann, wer das ist. Passt schon, passt schon. Sonst, war dir alles fit? Ja, ein bisschen müde, aber ansonsten alles gut. Ich muss noch Ready machen, dann können wir los. Kann man noch mein Outfit hier auswählen. Oh, Baby. Boah, ich habe das Spiel soll noch echt lange nicht mehr gespielt, glaube ich, oder? Eigentlich auch ewig nicht mehr, nee. Ich glaube, seit unserem letzten Stream nicht mehr an der Stelle. Vor allen Dingen, ich habe ja vor knapp drei oder vier Wochen, habe ich für meinen Xbox One-Controller für den PC, habe ich einen Wireless-Adapter bestellt. Der ist bis heute noch nicht da. Ja, die schreiben mir, alle paar Wochen schreiben sie mir, ihre Lieferung verzögert sich. Und dann sind es wieder zwei Wochen mehr oder drei Wochen. Ich halte dir die Antwort in die Kamera. Das ist einfach nur das scheiß Adapter-Teil, Alter, was du bekommst bei den Xbox One-Controllern. Und bevor ich mir jetzt einen neuen Controller kaufe für, sage und schreibe, 160 Euro oder sowas an der Stelle, keine Ahnung. Also Controller kostet 60. Kann ich verstehen. Ich hatte ja Glück und Unglück. Ich bin ja zu Team Green gewechselt, diese Generation. Ich brauche ja keine Controller und wir haben ja in TX2 dann gekauft. Das heißt, ich brauche ja noch einen zweiten Controller. Und ich habe einen Original-Controller und wirklich einen sehr guten Dritthersteller-Controller, der 30 Euro kostet, der USB-Anschluss hat, den du am PC und Xbox verwenden kannst ohne Probleme, für 30 Euro. Diesen wunderschönen lilanen PDP-Controller für 30 Euro. Oder ich werde dafür nicht bezahlt, aber den kann ich empfehlen. Den benutze ich mal, um am PC zu zocken. Und das ist mein zweiter Xbox-Controller. Weil sonst müsste ich mir auch so einen Adapter kaufen und das sehe ich nicht ein. Ja, im Moment mache ich gerade mit Kabel rum hier. Hm, Kabel. Hm. Geil. Hm. Haben sich eh gerade bei USB-Controller gekauft und dann hat man ein USB-Kabel extra, dass man jetzt schießt. Aber das war nicht beim Lieferumfang dabei, das habe ich selber gehabt schon. Okay. Ja, ja. Da brauche ich die Welt. Ja, ja. Nee, das ist einer der wenigen Drittersteller-Controller, den ich empfehlen würde von PDP für Xbox. Also der ist echt gut. Mhm. So. Ja, voll geil. Ja, ich hoffe, wie gesagt, der Ton passt. Ich habe vorher nicht mehr geguckt. Kind ist mit Frau Ziegenfüttern. Ich habe mal frei bekommen für zwei Stunden. Oh. Und, äh, ja. Achso, ich habe den Chat gar nicht an. Ah, egal, nach der Runde hier mal. Ich gucke nebenbei dein Stream mit und dein Chat mit. Also falls was ist, dann reagiere ich schon drauf. Ja. Ja. Das ist sehr nett. Aber nach der Runde mache ich ihn auch mal an. Ja. Ja, und da bietet sich Folge ist eigentlich irgendwie so an. Genau. Wollen wir eigentlich heute Abend machen? Soll man eigentlich heute Abend da nochmal was machen oder willst du dann eigentlich eher... Äh, da mache ich dann was Entspanntes. Okay. Theoretisch könnte ich auch streamen, aber ich will mich ja mehr auf YouTube fokussieren. Von daher... Ah, fuck. Ja, okay. Ja, klar, warum denn? Ja, es ist halt im Moment kein Spiel da, wo ich sagen würde, das lohnt es sich dauerhaft zu streamen. Und die Zeit ist bei mir jetzt natürlich auch begrenzt da. Ja. Deswegen stream ich, wenn ich Bock habe und Zeit habe. Aber der Fokus liegt ganz klar auf YouTube und diesen ganzen kurzen Sachen da. Yay on Yay, random shit und so. Ja. Ich glaube, wir sind schon erstens in der ersten Runde direkt raus, oder? Gut möglich, ich habe ganz schön hart verkackt. Ich auch. Ah, wir haben verkackt. Und deine Seite, klar. Hm, interessant. Ne, aber wir sind raus. Wir sind auch nur zu zweit irgendwie, ne? Das ist ein Zweier-Trupp-Spiel tatsächlich. Es gibt ein Zweier-Trupp jetzt aktuell. Ach, da können wir gar nicht darum meckern, dass ein anderer schuld ist. Ne, dann müssen wir uns gegenseitig ankreuzen an der Stelle. Auf Teller, du bist echt scheiße. Ah, Barry, du bist auch genauso scheiße. Ich weiß. Ich schwöre, furchtbar, ey. Ja, da können wir eigentlich rausgehen, ne? Ich höre mal kurz in Stream rein, wie so der Ton ist. Also ihr hört das jetzt wahrscheinlich gleich doppelt. Ja, machen wir ein bisschen Stream-Seption. Ne, dann müssen wir uns gegenseitig ankreuzen an der Stelle. Auf Teller, du bist echt scheiße. Also von meiner Seite klang das gut. Das habe ich sogar mitgehört. Ich glaube, Ingame müsste noch lauter. Vielleicht ein klein bisschen mehr. Machen wir das doch mal. Let's do this. Ne, also Fokus ganz klar auf YouTube. Man kann jetzt nicht beides, wenn man noch ein Kind zu Hause hat. Das ist unmöglich. Ja, klar. Ne, mach ruhig. Ja, ob ich dann noch viele Let's Plays mache oder so, weiß ich. Also wenn es jetzt nicht so ein neues Mario Odyssey ist oder sowas, dann auf keinen Fall Tagesaktuell. Weil das lohnt sich sowieso nicht. Ich denke, das Einzige, was du demnächst kommt, wo wir zusammen zocken werden, ist das Mario Strikers. Ja, das ist ja so ein Multiplayer-Ding. Das kannst du ja. So ein Multiplayer-Ding, genau. Ich meine, das wäre das Einzigste, was ich jetzt auch im Blick hätte. Und ansonsten Monster the Rise kriegt ein DLC jetzt im Ende Juni oder Anfang Juli. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das würde ich dann wieder ein bisschen aktueller zocken an der Stelle, ein bisschen streamen. Aber das wäre es so mehr oder weniger. Ja, bei mir sind es halt mehr so Retro-Sachen dann. Ja, mal gucken. Also ich würde es nicht auch. Im Übrigen ist ein schwuler Delfin und du ein süßer Hippo. Cool. Voll geil. Also es wird sozusagen voll geil, auch wenn es jetzt free-to-play wird. Oder ist es jetzt schon free-to-play wird? Das weiß ich gar nicht mehr so. Ne, ich glaube im Juni irgendwann. Okay. Das ist immer noch süß. Was wir mit Skins machen, das ist schon immer noch sehr gut, ja. Ja, bei Let's Play ist es halt so die Sache, ne? Ich meine, die ganz neue lohnt sich nicht, weil die gucken das eh bei den Großen. Richtig, ja. Und so spielen es eigentlich eher die Nischen-Dinger, weil du an der Stelle Bock hast auf diese Spiele und das macht vielleicht nicht unbedingt jeder. Ja, genau. Oder du spielst mittelalte Spiele, weil zu alte Spiele sind dann ja schon Retro und schon überall gespielt. Ich hätte zum Beispiel auch noch Bock, die alten Donkey Kong-Spiele zu spielen. Ja. Aber das lohnt sich halt überhaupt nicht, weil es wahrscheinlich schon tot geguckt ist, überall anders. Stimmt, ja. Mal gucken. Aber so Multiplayer-Streams macht auf jeden Fall Bock. Ja. Ja, das können wir immer noch gerne machen, ja. Vielleicht würde ich mal zwischendurch mal auf die Idee kommen, an Elden Ring zu streamen an der Stelle, weil ich sowieso jetzt gerade mit Kirby durch bin und mit so ein paar anderen Dingen, wo ich so streamen und zocken wollte. Ja, und das bräuchte ich irgendein Fehler-Ding. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Wenn ich jetzt sowieso keine andere Idee hatte, dann könnte ich Elden Ring noch machen. Wir können auch irgendwann die Tage oder Wochen auch mal wieder Mario Maker oder so machen. Ja. Da spielen wir irgendwie die gleichen Level und, ja, im Prinzip spielen wir dann ja gegeneinander, aber ganz entspannt, also. Ja, klar. Das könnten wir auch mal wieder machen. Irgendwann mal, aber jetzt hatte ich mal irgendwie mal wieder Lust auf Fall Guys. Einverstanden, ja. Aber du brauchst ja einfach mal sowas, was ist so eine leichte Kost. Genau, also irgendwas findet sich auch, was man zukünftig auf YouTube machen kann, aber so dieses, ich sag jetzt mal, Let's Play gespammen, klingt eigentlich negativ, da sehe ich uns jetzt in Zukunft nicht, dann lieber irgendwie so Challenges und Races oder sowas. Ja, will ich auch sagen. Aber wir haben jetzt ja im Moment das Problem, falls das irgendwer später guckt oder gerade da ist, dass Rikos jetzt, ja, weiß ich nicht, wie lange halb abwesend ist, dass wir immer zwei Pläne haben müssen. Ja, wirklich so, wir machen uns, je nachdem, ob der Rikos da ist oder nicht, machen wir uns halt dann unterschiedliche Pläne für Spiele, die wir so spielen könnten, an der Stelle an der Montag. Ja, ist ein bisschen doof, aber, ja. Ja, ich bin halt auch im Überlegen, also, ich habe ja, ich spiele im Moment so ganz casualmäßig auch wieder so ein bisschen Fortnite, weil mir das echt Spaß macht. Ah, okay, hast du wieder ein bisschen angefangen, Fortnite, ich habe überhaupt gar kein Fortnite angefasst seit damals, wo wir das gestreamt haben zusammen. Ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, das zu streamen, nur das Problem ist, es würde halt, ja, wenig bringen, weil diese ganzen Sachen, die ich auf YouTube mache, die sind ja eher für so Zuschauer, sagen wir mal, 28 oder so. Ja, wobei ich habe überlegt, du könntest das schon als Archiv machen für YouTube dann halt. Ja, aber dann hätte ich wieder, das bringt die Leute gucken, die Fortnite gucken, gucken sich niemals das andere an, das meine ich ja. Ja, so, ja, verstehe, was man es ja hat. Na, Fortnite ist so, ohne das jetzt negativ zu meinen, 12 bis 15. Ja, ja. Aber ja, generell, könntest du mir auch mal vorstellen, das mal wieder zu spielen, das macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Gerne auch mit Cellars, wenn er Lust hat, aber weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, Fortnite hat mich jetzt gerade in letzter Zeit überhaupt gar nicht mehr gepackt, tatsächlich. Umso mehr Inhalte da reinkommen von irgendwelchen Collaps, umso weniger hat es noch mit Fortnite zu tun für mich und umso weniger... Ja, das war auch der Grund, warum ich so lange demotiert war, dieser Spam an irgendwelchen anderen Franchises. Aber das kann man einfach ignorieren. Und dann ist es okay. Weißt du, jetzt gibt es mittlerweile Laserschwörter als Waffe und ich denke mir an der Stelle, Alter, was geht mit dem? Ja. Ja gut, ich meine, das kann man dem Spiel im Prinzip nicht vorwerfen, weil das ist ja eigentlich, wenn man es mal ganz negativ sieht, aber so negativ ist es natürlich nicht immer das gleiche Spiel, die gleiche Map seit, keine Ahnung, 2017. Und die passt sich immer so leicht an. Genau, und du musst halt die Map und die Waffen verändern und dass sie dann da mit Franchises kooperieren, ist eigentlich richtig schlau aus deren Sicht, nur... Natürlich ist es schlau. Also aus der rein wirtschaftlichen, rein aus der PR-Sicht, so, das ist schon... Blöd ist es nicht. Alter, diese Schalter, wenn man da drauf geht, die sind ja richtige Trampoline. Das war früher nicht so. Ja, nee und, ähm, ja, man muss im Prinzip so ein bisschen, wie sag ich das, stell dir vor, du gehst durch so einen Schokoladenladen, wo überall Schokolade ist und du bist nicht interessiert an Schokolade, sondern an Gummibären. Und da ist überall Schokolade und das ist schon so aufdringlich viel. Da musst du einfach für dich so irgendwie so, ach ja, dann ist da halt Schokolade, mein Gott, ich esse die Schokolade nicht. Und so bin ich dann jetzt mal mit Fortnite mal wieder angegangen. Okay. Und, ähm, ja, man muss dazu sagen, ich hab ja immer die Switch-Version gespielt, auch wenn ich die PC-Version spielen konnte. Jetzt spiel ich die Xbox-Version. Die ist von der Leistung schon echt ganz cool, weil du da viel mehr Weitsicht hast. Das macht, ja, auch noch so... Wahrscheinlich unterbewusst bei mir sowas. Ja, ich wollte auch sagen, das ist eher was, was du so ein bisschen nebenbei mitnimmst. Und ohne Bild ist das perfekte Elternspiel. Weil du das auch mal für 20 Minuten spielen kannst. Ja, das stimmt, ja. Ich hab' übrigens gesagt. Und wenn ich da mal unter der Woche ein bisschen mehr Zeit hab', was jetzt nicht jeden Abend ist, dann spiel ich halt irgendwelche Game Pass, Game Pass, doch ich spiele und wenn ich mal so 20, 30 Minuten am Tag hab', dann spiel ich halt so einen Vorteilrunden. Ich hab' mir demnächst mal vorgenommen, Traktor Yumi zu spielen an der Stelle, was man ja zusammengezockt haben. Na, ich hab's noch eine Stunde weiter gespielt und dann hat's mich angeödet. Wahrscheinlich, weil's zu monotonen wurde irgendwann, ne? Ja, ich versteh's. Ja, und ansonsten, nachdem ich jetzt auch, wie gesagt, mit Kirby durch bin, haben wir auch gesagt, okay, hm, was könnte ich jetzt so in der Freizeit zocken. Entweder hole ich mir jetzt das Neues, lohnt sich aber nicht, weil demnächst kommt eh neuer Scheiß für mich, wo ich dann wahrscheinlich wieder beschäftigt werde die nächste Zeit. Mhm. Mit Mario Strikers und Monsanto und dann haben wir gesagt, ja, okay, Elton Ring hab' ich jetzt sowieso mega pausiert, nachdem ich jetzt zwischendurch unterbrochen habe mit Kirby, sozusagen. Äh, komplett gegensätzlich vom Gameplay und alles. Ja. Also, ich sag, komm, jetzt, äh, bietet halt das nächste Mal weiter Elton Ring, ob ich das streamen werde, ob ich das dann, äh... Ja, man kann ja die Stream-Archiv sonst, also ich mach jetzt, also klar, man kann die Stream-Archivs hochladen, das hatte ich jetzt mit diesem Stream eigentlich auch gedacht, aber ich nehm's trotzdem auf und lad die Aufnahme hoch, weil die Qualität halt noch ein bisschen besser ist. Ähm, aber... Also, warte mal, hab ich mir auf den Chat-Dings an? Da ist, glaub ich, da war eh nichts los, von daher... Ich guck immer wieder, Mann, aber, ja, ist ruhig. Was wollte ich jetzt erzählen? Äh, keine Ahnung, bei mir ist halt im Moment so, ich hab auch nichts so wirklich, ich mein, jetzt kommt bald dieses Mario-Fußball-Spiel raus, da freu' ich mich drauf, und das nächste Spiel, worauf ich mich freue, ist Pokémon. Und sonst ist Ebbe, also ich hab sonst wirklich nichts, worauf ich mich freue. Und so fandest du dich auf das, auf das ganz Neue, meinst du, dieses... Ja, 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 genau. Das alt Rot-Dingsbums. Vielleicht, da weiß ich auch noch nicht, ob ich das streamen oder einfach so Privatspiele oder Ausschnitte davon streamen oder Ausschnitte Privatspiele, keine Ahnung. Weil da als ganzes Projekt hochzuladen auf YouTube ist halt wieder dieses Problem, neues Spiel, gibt's auf jedem YouTube-Kanal, das macht halt eigentlich keinen Sinn. Ja. Ähm... Ne, aber, ja, außer Mario-Fußball und Pokémon, hab ich halt den Game Pass und ich guck da rein und werde dann immer wieder mal von so Spielen überrascht, die mir gefallen. Life is Strange spiel ich im Moment. Für das neue Pokémon eigentlich? Ja, also es kommt immer im November an einem Freitag raus. Deswegen gehe ich davon aus, dass das... Dann ist das ja noch ein bisschen... Dann könnte man gucken, welcher Freitag ist Mitte November und der Termin wird's wahrscheinlich sein. Also was ich zum Beispiel streamen werde, auch weil's ein ewig langes RPG ist, wird an der Stelle, ist es der dritte Teil von Xenoblade Chronicles. Kommt der neue Teil daraus an der Stelle. Im Juli. Den werde ich auf jeden Fall mal reinpfeifen und mal streamen. Ob ich dann direkt... Ups. Ob ich dann direkt mir stundenlang gebe oder so, weil ich bin auch im Juli, bin ich im Urlaub. Das ist so ein bisschen... Ja. Das beißt sich ein klein bisschen leider. Also wie gesagt, bei diesen RPGs... Wie gesagt, da hatte ich dir ja schon empfohlen. Ach man, ich bin so blöd für dieses Spiel. Ich komm nicht mehr. Ja, mach da keinen Topf. Ähm... Da würde ich einfach an deiner Stelle machen. Zellos... Den Titel, den ich dir schon gesagt hab, den ich hier nicht wiederholen will. Nicht bis in der Cloud. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Format sein muss. Ja, oder dass du zockst einfach an. Genau, das ist ohne Format. Aber ich würde an deiner Stelle keine ganzen RPGs-Stories streamen. Das lohnt sich einfach nicht. Da stresst du dich nur selber mit. Hey, der VictimX ist da im Chat. Frag doch, ob der mitspielen kann. Klar, gerne. Kannst auch mit uns in den Voice kommen, wenn du willst. Ne, Zellos, also... Schütz dich da selber. Das stresst dich nur. Das... Wenn du das gerade spielst und gerade Bock hast zu streamen, dann streamen es. Und ansonsten spielst du halt privat einfach weiter. Mein Gott. Okay. Niemand guckt sich das an über 40 Stunden. Das ist einfach so. Aber muss man schauen. Dann würde ich da einfach so eine Zellos zockt RPG-Sachen-Playlist und da jeden dieser Streams reinpacken. Fertig. Das ist für dich am allerstressfreisten. Ja. Was macht eigentlich deine Nase? Du hörst dich ein bisschen verschnupfen dann? Ja, also Anfang der Woche war ich erkältet. Die Kleine hat uns halt angesteckt. Ich hatte auch Halsschmerzen für einen Tag. Mhm. Aber kein Corona hat mich getestet. Aber keine Procken, keine Corona? Nee, gar nichts. Einfach eine Erkältung. Einfach nicht. Und der Ventilator macht es glaube ich gerade nicht besser. Nein, nein. Aber nee, halt noch so ein bisschen schnupfen und ja, halb so wild. Ja, okay. Achso, das ist dieses Überlebensspiel hier, ne? Ja, das ist Überlebensspiel. Ja, und von daher Zellos stresst sich da nicht irgendwelche Story-Spiele mit RPGs komplett hochladen zu müssen. Das guckt sich niemand an, so gut das Spiel auch ist. Oh, zwei gegen einen. Sorry, ich bin raus. Ja, alles gut. Ich will es an deiner Stelle halt so machen, mach eine Playlist, gib dir irgendwie so einen pfiffigen Namen und dann, wenn du Bock hast, RPGs zu spielen, dann spielst du die und wenn du Bock hast, RPGs zu spielen und zu streamen, dann streamst du einfach da, wo du gerade bist und packst das in die Playlist und fertig. Ja. Dann ist es für dich total stressbefreit. Und das klingt jetzt doof, aber ich weiß es halt auch selber, weil ich halt auch Let's Player und Streamer bin. Dann bist du in Anführungszeichen nicht gezwungen, dann alles da hochzuladen, hast nicht diesen Stress mit den Thumbnails und allem, viele Fans und mach es einfach so, Zellos, es ist viel entspannter für dich und dann werden die Streams auch besser und du hast bessere Laune und ich bin auch raus, glaube ich. Oh, nee, du hast, oh, das war aber krass, ey, du hattest echt gut Glück mal am Anfang. Das ist, ach, schade, sind wir schon raus, ey. Also, gerade bei RPGs, die komplett hochzuladen auf YouTube. Das ist schade, weil ich liebe RPGs halt auch, aber es lohnt sich halt überhaupt nicht, es ist, ja. Weiß ich nicht, will Wiktinix mit uns ins Voice, oder? Äh, ihr habt gesagt, in zwei Minuten wäre es soweit, okay. Wiktinix ist ja ein erfahrener, toller Mensch, mit dem können wir auch ins Voice gehen. Bei neuen Zuschauern weiß ich nicht, aber ihn kennen wir ja. Ich bin schon im Talk, aber noch kurz AFK. Ja, gut, theoretisch können wir dann runter in einen anderen Chat. Ja, dann ist Wiktinix gleich dazu versklavt zu gucken, wie die Stimmlautstärken sind, ob ich ihn lauter machen muss. Ich geh mal runter. Und passend ist er bei Among Us drin. Among Us! Ja. Auch ein Spiel, das wir den langen Weg überhaupt nicht mehr angefasst haben. Ja, will ich auch nicht mehr spielen. Das Spiel ist für mich einfach Stress. Ich privat gerne, aber im Stream, das Spiel ist für mich Stress. Vor allen Dingen, wenn du gegen Leute spielst, die das können und du hast keine Ahnung, was du da machst. Und musst gleichzeitig noch spielen und unterhaltsam sein. Vergiss es. Ja, verstehe ich. Kein Bock mehr. War auch beim Schneiden gar nicht mal so leicht, dich mal zwischendurch mal reinzumachen. Ja, ich hab mich auch unwohl, ich hab mich wirklich unwohl gefühlt dabei, das aufzunehmen. Du warst so in der Konzentration noch so drin, du hast ja fast nichts kommentiert. Ja, wie gesagt, das ist ja was anderes, als wenn du was privat spielst. Oder ob du das spielst und auf semi-professionellem Wege unterhaltsam sein willst. Ich hab mich nicht wohl gefühlt dabei, das aufzunehmen. Das Spiel ist geil, aber... Weiß ich, was ich aber trotzdem beim Schneiden davon lustig fand ab und zu, das war wirklich so der Rikus, der plant so teilweise. Und ich mach einfach nur ein bisschen Dummsinn und ab und zu blende ich mal zu dir rüber und du bist halt wirklich so grad planlos so, okay, was mach ich jetzt gerade. Aber die Dynamik fand ich einfach lustig, wo die dann auch im Dings machen dann. Nee, ich hab mich bei der Aufnahme tatsächlich unwohl gefühlt, deswegen will ich das nicht nochmal aufnehmen. Also nicht, weil das Spiel mir nicht gefällt, aber aus den genannten Gründen. Kann man verstehen, wenn man's nicht versteht, leckt mich. Ist halt so. Ja, gut, mittlerweile Among Us, der Hype ist auch durch. Es gibt noch ab und zu mal Memes zu dem Spiel, aber das war's eigentlich mehr oder weniger. Es kommt bald noch irgendwann ein Free-to-Play-Spiel von Ubisoft raus, das wird aber grandios scheitern. Hm. Da könnte man den Anfangshype... Ich weiß nicht mehr mehr, wie das heißt. Irgendwas mit Roller. So ein Rocket League-Klon. Okay. Vielleicht ist es auch schon draußen. Das wird wieder so ein Spiel sein wie Knockout City, was für zwei Tage gestreamt wird und dann merken alle, dass es scheiße ist. Und dann hört man nie wieder was davon. Ich hab irgendwas gelesen, dass die Pro Evolution Soccer jetzt umbenennen wollen auf was weiß ich... Das heißt doch schon E-Football. Du meinst, dass FIFA umbenannt wird? Ja. Entweder ist es das... Ja, wahrscheinlich FIFA tatsächlich. Die Hintergründe kann ich dir erklären. Die sind ganz schön krass und werden ganz schön viele Auswirkungen auf die Spielebranche haben. EA arbeitet nicht mehr mit der FIFA zusammen. Verliert deswegen die FIFA-Lizenz. Ähm. Hat aber noch die FIFA-Pro-Lizenz, heißt die ganzen Namen. Okay. Will dann quasi sich von dem Begriff FIFA loslösen, auch weil FIFA halt so einen semi-guten Ruf hat. Das sagt ausgerechnet EA! Lol. Ja, und deswegen wird FIFA die Lizenz wahrscheinlich an einem anderen verkaufen. Gerüchteweise ist Take-Two da dran. Die allerdings auch gerüchteweise übernommen werden. Und EA soll gerüchteweise auch übernommen werden. Das heißt, dieser ganze Fußballmarkt wird komplett neu sein. Weil EA, warte, da gab es so Gerüchte, wer das kauft. Apple und... Angeblich... Walt Disney. Wieso Walt Disney? Angeblich ist Walt Disney an EA interessiert. Okay. Mit Fußball spielen kannst du natürlich unfassbar viel Geld machen. Also... Wobei das könnte so eine Microsoft-Blizzard-Activision-Situation sein, aber man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass... Also, wahrscheinlich hätte Microsoft das Geld, sich EA jetzt auch noch zu kaufen, aber... Wenn man zu viele Firmen integriert in einem bestehendes Gerüst, ist das halt echt schwierig und... Ja, das ist so... Von dem Monopolismus und sowas mag man dann eigentlich auch an der Stelle nicht unbedingt haben, aber... Ja. Und vielleicht wusste Konami das oder hat das geahnt. Hm. Und hat deswegen gesagt, okay, wir geben Pro Evolution Soccer auf. Hm, ist okay, ja. Weiß ich nicht. Also, die nächsten drei Jahre werden interessant. Die haben im Moment noch tatsächlich einen richtig guten Markt in Sachen Sammlung. Sind wir weitergekommen? Okay. Wir sind weitergekommen. Okay. Wir sind zu dritt sind. Ja. Nee, von daher... Interessant, ne? Oder interessant, beziehungsweise eigentlich irgendwie doof, dass alles verkauft wird. Aber es ist halt die Zeit, ne? Mhm. Ja. Na, ist schon richtig, ja. Ja. Von daher... Ich hatte vorher noch ein Beispiel im Kopf, gerade in die Richtung, aber ich habe es gerade vergessen. Vielleicht komme ich noch später drauf. Ja. Ja. Nee, aber wegen Fortnite, ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher, ob ich das... Also, ich hätte Bock, es zu spielen, aber ich weiß nicht, ob ich streamen soll. Und ich brauche auch nicht im Discord fragen, weil da eh nur zwei Leute drauf antworten. Hm. So. Ja. Mir tut auch manchmal davon zu, dass der Victinex leid, wenn der dann fragt, hat jemand Bock auf Jackbox? Und ich so, ja, nee, aber ich mag gerade irgendwie was anderes machen. Und wie und... Und ja. Hallo Victinex. Hallo Victinex. Ich war hier die ganze Zeit hier. Ja, du bist dazu versklavt, zu hören, ob die Lautstärke passt oder ob ich dich lauter machen muss. Äh, in deinem Stream? Ja, hör mal bitte rein, gerade kurz. Wir machen gerade parallel, weißt du, wir machen Gangbang-Stream und so. Ja, Moment. Das wäre so... Ich glaube, ich fürchte fast, ich muss ihn ein bisschen lauter machen. Sagt mir so mein Bauchgefühl. Das ist jetzt aber die leichte Version unter irgendwelchen Firmelfanzierenden Zwischenräumen, okay? So, ich gucke jetzt mal nach. Ja, das ist nett. Danke. Ua. Also, wirklich nichts, nachdem du weggegangen bist, hatte ich überhaupt keinen Spaß mehr bei Smash, also ich habe so rumgeraged und gesaltet. Also, ich habe... Barry? Ja. Und ganz kleinen Dissenlauter. Dich? Okay. Mhm. Ja. Jawoll. Ne, da bin ich, äh, mit einem schlechten Gefühl wieder abends ins Bett gegangen, mit einem scheiß Gefühl so, ah, Smash Brothers, fick dich, Smash Brothers. Ich könnte jetzt sagen, ich habe es dir ja gesagt, aber... Ja. Ich habe es dir ja gesagt. Hättest du auch auf und zu richtig dazu, weil, ja, Smash ist, glaube ich, durch bei mir. Ja, was heißt durch? Du bist halt ein alter Sack wie ich. Du bist halt nicht so gut wie junge Leute, die das den ganzen Tag spielen. Ich... Ich bin nicht alt. Könnte man in Victinix, auch Victinix ist schon auf 189%, ich stelle ihn auf 200, lauter kann ich ihn nicht machen. 200% Victinix. Ohne Energie. Ohne Energie. Ich höre dich zumindest deutlich besser. Dann ist ja alles gut. Ähm, Victinix, ich wollte dich gerade mal fragen, hast du eigentlich mal Fortnite gespielt? Ja. Echt? Ja. Ja, ich überlege nämlich, das mal wieder zu streamen, weil ich habe es jetzt privat mal gespielt, für 5-6 Stunden und ich hatte echt Spaß. Ja, ich hatte immer so eine Phase... Also, damals habe ich es natürlich komplett durchgetriert, weil damals war es halt auch noch gut. Mhm. Ja. Dann habe ich glaube ich zum Chapter 2 Beginn noch ein bisschen gespielt, dann mittendrin ein bisschen. Jetzt habe ich wieder aufgehört, aber kann ich ihn halt mal wieder angucken. Also, es hat jetzt... Meine Frage hat jetzt gerade Semi mit mir zu tun. Habt ihr mitbekommen, da gab es ja diese Ankündigung, ich kriege ständig irgendwelche Werbung dazu, Fortnite 0 bauen oder sowas wie das heißt an der Stelle dazu. Sprich, ein komplettes, einfach nur PUBG quasi abklatscht mit Fortnite. Ja, den Modus gibt es da ja, den kannst du optional anwählen. Habt ihr das gespielt? Ich baue ja sowieso nie. Also, spielst du das wahrscheinlich als hauptberuflich jetzt? Ne, ich habe das... Ich spiele immer den normalen Modus, weil ich... Also, ich bin jetzt ja gewechselt zur Xbox-Version und ich muss mich erst mal da an das Bauen gewöhnen und wenn ich jetzt mit nicht bauen anfange, dann kann ich das Bauen ja gar nicht. Deswegen muss ich mich quasi selber so ein bisschen zwingen. Aber das wäre zum Beispiel das Einzige, warum ich tatsächlich sagen würde, ja, warum deshalb würde ich Fortnite wieder spielen, weil ich diese Baumechanik nicht mochte an der Stelle von Anfang an? Ja, ich sage es mal so, diese Baumechanik ist sehr, also oder kann, je nachdem wie das Spiel gebalanced ist, viel zu stark sein. Ja, ist oder? Aber ich glaube, im Gegensatz zu früher, dass diese Bauten, die du baust, bei weitem nicht mehr so stabil sind wie in den ersten Seasons. Widersprich mir bitte nicht. Okay. Ich glaube, es ist eher so eine Sache... Das Bauen war ja ein Mitbestandteil des Spiels. Das ist das, ja. Ich glaube, die Map oder das ganze Spielprinzip wird sich dann komplett verändern und nicht mehr so sein wie früher. Paladins. Ja. So, dass einfach Leute es auch wieder vermissen würden, beziehungsweise nicht damit klarkommen. Du kannst ja beide spielen, das ist ja optional. Deswegen verstehe ich dieses Rumgeheule nicht. Du kannst ja sagen, ich will mit oder ohne spielen. Das verstehe ich dann auch nicht. Ich hätte gesagt, dieses Nicht-Bauen wäre eher für Anfänger, damit sie nicht so viel auf einmal haben. Ja, richtig. Richtig. Das sehe ich auch so. Wenn sie sich dann bereit fühlen, können sie ein bisschen mit dem Bauen spielen halt. Genau, so verstehe ich das prinzipiell auch, weil dann kannst du an der Stelle hergehen und kannst du im Prinzip hergehen, dich bei Null-Bauen sozusagen mit den Waffen vertraut machen und mit der Map vertraut machen und so. Und dann anschließend erst so sagst, ja okay, jetzt könnte ich mal an der Stelle. Ja, aber ich weiß nicht, so das Prinzip des Spiels. Also ich hatte gerade schon zu Celos gesagt, man muss so ein bisschen weggucken, was es da alles so für Skills gibt, weil das ist echt ganz schön überladen, aber du musst die ja nicht kaufen. Ja. Aber so an sich hatte ich in diesen paar Stunden da jetzt eigentlich echt Spaß, oder? Na, die muss man vielleicht mal wieder ausprobieren, mal gucken. Ja, könnten wir sonst auch montags mal machen irgendwann. Ja. Ich habe auch, dass... Wie steht's? Allein ein sehr starker Geier, was Speicher angeht. Hm. Hm. Ach, ich habe noch was für... Das ist eher für Celos. Vielleicht bewegt sich nichts auch, aber... Woraus? Ähm, ich habe mir die neue Endzone bestellt. Die Zeitung. Weil die haben Jubiläum. Ja, pass auf! Denkst du jetzt auch, der alte Boomer. Ja, aber pass auf, wenn ich dir jetzt sage, warum, Celos, dann wirst du dir sofort diese Zeitung auch bestellen wollen, das weiß ich. Ist da jetzt ein Spiel dabei, wo geil ist, oder was? Als CD, oder so? Da ist eine DVD dabei, mit allen Ausgaben der letzten 25 Jahre. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ja, nur deswegen habe ich mir die gekauft. Weil dann könnten wir React-Content... Ja, das war jetzt auch ein Nebengedanken von mir. Der Hauptgedanke war geil, dann kann ich mal so Retro-Zeitung lesen. Richtig geil. Ja, Mann, ich bleib voll dabei, Alter. Retro-Zeitung lesen, Alter. Let's go. Hat 6 Euro gekostet. Das war's mir wert für 25 mal 12 plus die neue Ausgabe. Nicht schlecht. Ja, ich bin im Prinzip neugierig auf jeden Fall. Vor allen Dingen die Endzone ging ja komplett nur um Nintendo-Zeugs, oder? Ja, richtig. Richtig. Ich bin sogar extra mit der Kleinen eben einkaufen gewesen und habe nach dieser Zeitung gefragt. Ich wusste nicht mal mehr genau, wie die heißt. Ich bin dort eingegangen und so, ja, ich habe im Internet gelesen, es gibt eine Zeitung, die habe ich früher als Kind gelesen. Nintendo oder Endzone hieß die. Ja, ich habe die wirklich als Kind gelesen. Ich habe die mindestens 10, 15 Jahre nicht mehr gelesen. Und die kannte die Zeitung auch und meinte, nein, die gibt es mir noch online. Ah, okay. Ja. Das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich mir eine Videospiel-Zeitschrift wieder gekauft habe. Ich fühlte mich irgendwie komisch. Ich mach mal kurz, ich mach mal kurz dieses Twitch-YouTuber-Ding mal ganz kurz. Also übrigens, Georg Geber, das ist der Barry, den man noch hört und der liebe Zuschauer, der junge Bursche, der süße junge Boy ist Vignix. Wir spielen gerade Vollgeist für unseren kleinen, wunderschönen Kanal. Hallo. Achja. Machst du eklige Eigenwerbung? Eklige Eigenwerbung, mal ganz kurz. Ähm. Ne, die Endzone. Ich habe sie früher, glaube ich, gar nicht großartig gelesen. Ich glaube, ich war immer so ein Computerbild-Opfer an der Stelle. Ich habe mir, glaube ich, die ganze Zeit nur Computerbild reingezogen, wenn es um ein Videospiel geht. Und ansonsten halt nur Anime-Zeitschriften. Weil Anime halt, ne? Oh, das wird jetzt hier voll der nerdige Computer-Zeitschriften-Talk. Weil Computerbild war von den Texten natürlich Bild-Zeitung und so, ne? Ja. Die hatten auch total das merkwürdige Testsystem, so was Möchtegern kompliziert war, was total dumm war. Okay. 30% Sound, davon 5% Musik und sowas, oah. Ne, aber die hatten immer die besten Heftzusätze von Computerbild. Okay. Deswegen. Und früher gab es noch die Bravo-Screen-Fun, die war auch scheiße zum Lesen, aber die hatte auch immer gute DVDs oder CDs. Ich wollte eigentlich sagen, also einer meiner Hauptgründe damals die Computerbild, weil du kriegst dann relativ kostengünstig teilweise gute AAA-Titel und damals hat sich der dann für 4 Euro oder was das war dann die Zeitschrift gekauft, dann war Assassin's Creed dabei das Erste. Ja. Und das habe ich davor noch nie gezockt gehabt und hab nur... Wir können abbrechen, Zellos, wir sind raus. Wir sind definitiv raus, ja. Ah ne, wir müssen erst mal warten, ne? Ja, ist mir egal. Wegen der Belohnung. Ich warte, ich will die Belohnung. Ah, scheiß auf die Belohnung, ey. Ne, und ich habe auch noch viel die Playzone früher gelesen, so zu Playstation 2-Zeiten. Weil da gab es immer eine DVD mit, ich glaube, Demos und Speicherständen. Okay. Und ich weiß noch damals, ich habe irgendwie bei der Playstation 2 mein Tekken-Tek-Tournament Savegame verloren. Okay. Und habe das Spiel dann einen Monat nicht gespielt und war übelst demotiviert. Und dann habe ich gesehen, dass da ein Savegame von der Zeitung war. Und dann hatte ich wieder alle Charaktere. Ohne 80 Stunden ein bisschen zu müssen. Das war ganz praktisch. Hm. Ja, so bin ich, also bin ich raus. Wir müssen jetzt noch an der Stelle überlegen, was habe ich denn aus dem Computerbild konsumiert. Ich glaube nichts. Da hat die Hero später, also das Anime-Zeitschrift... Ja, sowas habe ich nicht gelesen. Ja. Ich habe auch dann irgendwann zu Playstation 2-Zeiten aufgehört, Zeitungen zu lesen. Ich wollte gerade sagen, und dann hat es dann irgendwann auch so um den Dreh aufgehört bei mir, dass ich da irgendwie Zeitungen geholt, aktiv geholt habe. Was ist Zeitung? Ja, das... Das ist so eine Sammlung von Papyrus, wo da Schrift drauf ist und teilweise manchmal sogar Bilder. Das ist verrückt, aber... Ah, hier rufen mit Startzeitmaler. Ja, genau. Das war früher die einzige Möglichkeit, sich über Videospiele zu informieren. Die einzige. Früher, zu damaligen Zeiten, hat man diese teilweise auch einfach bei der Tankstelle gekauft, weil es nicht so viele Läden gab, wo es einfach hier zu Videospielen und so einen Scheiß überhaupt eine Zeitschrift gab. Ja, ja. Aha. Ja, das ist verrückt. Authentifizierungsfehler. Ja, okay. Dann machen wir einfach nochmal, already. Ja. Ne, verrückt. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und bei der Gelegenheit hat man sich gleich mal ein paar Concentershots an der Stelle genug. Heutzutage sind die viel zu teuer. Wisst ihr, was immer das ultimative Ultimo war damals? Ultimative Ultimo? Ja, hau raus. Wenn die E3 war und du dir die Ausgabe mit der E3 DVD von der Playzone gekauft hast, da hattest du 5 Stunden Videomaterial zu neuen Videospielen. Und damals gab es quasi noch kein Internet. Zusammenschnitte oder was? Ja, immer so 5 Minuten jedes Spiel vorgestellt. Oh, das war geil. Das find ich schön. Da haben wir uns mit einem Kumpel damals da hingefahren, einen ganzen Nachmittag, also wirklich 4-5 Stunden diese DVD angeguckt und aufgeschrieben, welche Spiele man interessant findet. Und heutzutage kannst du einfach im Internet surfen den Trailer angucken. Damals, boah. Ja. Das war geil. So die ultimative Berieselung. Das ist das ultimative Argument damals, ja. Ich verstehe. Ja, aber gut. Jetzt mittlerweile ist das ja wirklich so. Du gehst einfach auf YouTube, sagst du Trailer mit irgendeinem Spiel und dann findest du halt 20 Trailer zu dem gleichen Spiel oder sowas. Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch so komische Menschen wie wir, die Videos machen und streamen. Die Zeitungen müssten uns eigentlich hassen. Ja. Zeitungen hassen diesen Trick. Ja. Ach, richtig. Die wollen nicht haben. Die Zeitungen wollen nicht haben? Ja, aber ich bin schon dessen. Das ist gut. Ich bin nicht interessiert an Zeitungen. Ja, aber das ist ja dieses Problem, was wir haben, weswegen ich auch ungern Newsseiten lese. Wenn du jetzt ein Konkurrent bist zu irgendeiner anderen Zeitung und du willst irgendwie, dass jemand auf dich klickt. Du bist ja auf Google News angewiesen quasi. Irgendwie provoziert. Entweder du musst es total hochloben oder du musst es total fertig machen, weil sonst klickt es niemand an. Wenn du sagst, ja, das ist nicht schlecht, klickt keiner drauf. Was immer besser funktioniert, ist natürlich das runter machen, weil dann kannst du die Leute dann gleich triggern, die dann eventuell mega Fans sind und die klicken dann drauf, beziehungsweise holen sich dann das extra. Und dann später vielleicht sogar, wenn du den perfekten Konsumenten noch hast, der tut negativ drauf kommentieren und kommt dann bei der nächsten Zeitschrift raus als Kommentar für die Zeitschrift oder sowas. Und dann hast du das perfekte Engagement an der Stelle. Oder du ziehst einfach die ganze Zeitung runter und generell, indem du einfach Bild heißt. Ja, und dann nennst du den Kanal Space Frogs und... Ne, Quatsch. Also bei Bild muss ich sagen, ich halte nicht so viel von der Bild-Zeitung, weil ich die dahingehend auch gefährlich finde, weil wenn man kein reflektierter Leser ist, kann man da verblöden. Wenn man ein reflektierter Leser ist, wozu ich mich zählen würde, kann man mit dieser Zeitung sehr viel Spaß haben und diese Zeitung ist immer die Erste, die über Fußballtransfers oder so weiß. Okay. Das ist echt... Also wenn du irgendwo was zu Bayern-Transfers wissen willst, du erfährst das immer zuerst bei Bild. In seltensten... Ja. Ja, du musst halt die News bei Bild reflektieren. Für mich ist Bild so eine Mischung aus Entertainment und Info. Wenn du das nur als Info siehst, ist es gefährlich. Ne, als Info ist es gefährlich. Ich würde auch sagen, das ist hauptsächlich eine Entertainment-Zeitung an der Stelle. Ja. Äh... Also wenn... Wenn man... Wenn mich Bild mal ködern will, dann frage ich... Dann würde ich lieber solche Infos haben wie... Was? Peach ist mit dem und dem fremdgegangen? Mario zerstört. Grund und Boden. Ja. Äh... Was? Luigi hat sich eine... Äh... Ein... Ein Schloss gekauft. Erfahrt hier auf Seite 6 mehr. Ja. Aber was du auch bei Zeitungen hast, finde ich, und das... Das wird dir erst bewusst, wenn du älter wirst. Mit 18 oder 20 checkst du das noch nicht so ganz. Die Zeitungen haben auch immer eine Tendenz. Also du hast zum Beispiel den Spiegel, der ist eher links. Du hast Welt, das ist eher konservativ. Sodass du immer... Dass du... Wenn du eine politische Meinung liest und weißt, von welcher Seite es ist, kannst du sicher sein, dass sie in diese Richtung ist. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen schade, dass es... Ja. Also ich nenne mir gerne eine aus der Tagesschau. Ich kenne keine. Keine Zeitung gibt, die politisch hundertprozentig neutral ist. Die gibt es nicht. Naja, also mittlerweile merke ich aber auch selber, was politische Themen betrifft und sowas. So mache ich einfach komplett selber schlau. Dann... Teilweise bilde ich mir eine einseitige Meinung, aber ich habe allerdings dann... Wenn ich in Kontakt mit jemandem komme, der dann wirklich so krass rechts oder krass links ist oder sowas, dann distanziere ich mich. Ich bin da eigentlich immer die goldene Mitte. Ja. Genau darum interessiere ich mich nicht für Politik. Ja, auch eine gute Einstellung. Ja. Ja. Und dann schauen dich deine Eltern an und denken sich, Alter, was wollen aus dem Jungen werden, wenn man sich nicht mal interessiert, was im Land abgeht. Und dann nicht so... Ja, genau nicht. Ja, weißt du, das ist halt das Argument. Und dann sage ich an der Stelle, ja, mich interessiert halt eher, was so in der Welt passiert. Mich interessiert halt die Umweltthemen, mich interessieren Technologiethemen und von mir aus ab und zu mal Videospiele, Animate. Aber ja, so ist es halt an der Stelle, ja. Ja, Videospiele werden halt nicht gezählt hier. Ja. Als ob mich das interessiert, was für ein Volksfest da jetzt demnächst in meiner Gemeinde passiert oder was weiß ich für ein komisches Weinfest bla bla. So und was irgendwie. Und wenn es das Celos-Weinfest ist? Ja, wenn es ein Celos-Weinfest ist, dann wäre ich ja eingeladen. Dann wäre ja... Ja, du bist doch bei denen dann auch eingeladen. Du kannst da hingehen. Ja, gut. Aber ich bin dann da der Star-Gast, wenn du schon ein Celos-Weinfest bist. Außer die meinen ja einen anderen Celos. Nee, es gibt keinen anderen Celos. Okay. Aber ungelogen, ich hatte ja schon, das habe ich ja glaube ich erzählt, wo ich meinen Nicknamen gemacht habe, den Celos-Q. Da war wirklich bei dem Spiel, wo ich mich damit registrieren wollte, Ragnarok Online, war wirklich alles vergeben. Da war da Celos vergeben, da war da Celos-A vergeben, Celos-B, Celos-C, Celos-C. Ach, deswegen heißt es Celos-Q. Ja, und irgendwann bin ich bei Celos-Q gelandet, genau. Das ist das dunkle Geheimnis. Dunkle Geheimnis, ja. Ja. Aber, äh... Sorry, das hast du halt meine Identität gemacht. Mein, äh... Ich habe erst ursprünglich überlegt, äh... Aber ich habe es dann... Mein Final Fantasy-Charakter habe ich Celos-Crow genannt. Ursprünglich wollte ich es mit Q schreiben. Weil es irgendwie ganz lustig und passend wäre. Aber dann, äh, habe ich mich erinnert, dass es einen Charakter bei einer Serie namens Ruby gibt. Der heißt halt Crow mit Q. Ja. Und dann wollte ich nicht die ganze Zeit jemand angestischen haben, äh, angesprochen werden mit... Ho-ho! Lo- puede friend ho-ho! Den wollte ich nicht. Das ist Royce, äh, ja, Folge-Einspert kostenlos, hallo erstmal. Das wissen wir, dass es kostenlos wird. Das haben wir mitbekommen, ja. Dein Moyer, Celos-Zu deiner Sache, das hatte ich auch mal... Ich war mit Leuten mit Disco-Talkächen. Dann haben die ein bisschen über Pokémon geredet... Victinex ist schon ein cooles Pokémon. Und ich dachte wirklich, dass jemand das Pokémon Victinex heißt diferente. Da Lily ridding dolick. Und da musste ich die erst mal aufklären und sagen, das heißt Victini, nicht Victinex. Ja, so ist es. Victinex ist erst die Entwicklung. Ja, Victinex ist dann die Mega-Evolution. Und ich bin schon wieder raus, Alter. Ich kann dieses Minispiel überhaupt gar nicht. Ich schwöre. Das ist mein Nemesis, das Ding. Ey, 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 ey. Ey. Ich hatte... Ja, das ist aber auch irgendwie so ein bisschen random, ob du hier weiterkommst oder nicht. Aber ich fliege hier irgendwie häufiger raus in dem Minispiel hier. Warum auch immer. Bei mir, die sind wie mit dem Ziel zu feiern, Alter. Die wollen direkt zu mir. Warum sind wir denn siebter? Fliegt hier niemand raus? Ja, wir sind wohl die einzigsten, die rausfliegen hier. Achso, ich bin der einzige, der noch drin ist. Ja, gut. Du bist doch der einzigste, der da ist, ja. War zehn Sekunden vorher gefragt. Oh, jetzt sind wir alle raus. Egal, wir warten noch 18 Sekunden, dass wir unser... Ja, wir brauchen die XP, unser Selbstwertgefühl. Hängt von den Erfahrungspunkten ab. Absolut. Du möchtest ja durch den Leben weiter? Ja. Ja, klar. Ich bin um einige Erfahrungen reicher. Das ist, äh... Weißt du, wir altern ja nicht, wir leveln. Also ich bin jetzt Level 32. Der Barry, muss ich gerade selber überlegen. 35? 35, ja. Wir haben jetzt sehr viele Erfahrungspunkte gesammelt, da muss ich ja auch ein bisschen grinden. Du musst ständig grinden. Jeden Tag musst du grinden an der Stelle. Das geht jetzt nicht. Grinden. Ab Montag muss ich wieder grinden. Da ist mein Urlaub vorbei. Oh, scheiße. Ja, ach. Ach nee, wir haben... Ich wollte gerade sagen, habt ihr nicht nur bis Mittwoch, weil ich habe tatsächlich nur bis Mittwoch nächste Woche. Baden-Württemberg-Bayern gibt es einen Feiertag am Donnerstag und am Freitag habe ich einen guten Tag eingestellt. Es klingelt, ich bin aber eigentlich offiziell nicht da und meine Frau ist unterwegs. Ja, egal, dann ignoriere ich das. Außer wenn die keinen Schlüssel mit haben, dann müssen sie mir gleich nur WhatsApp schreiben. Hilfe, Hilfe, lass uns rein! Ja, ich werde wahrscheinlich keinen Brückentag-Urlaub nehmen, weil ich ja schon in zwei Wochen Urlaub hatte, da würde ich es ein bisschen assi finden. Außer wenn irgendwer das von sich aus anbietet, aus irgendwelchen Gründen. Also tatsächlich, mein Arbeitgeber hat mir direkt gesagt, am Freitag ist Brückentag, weil der Kunde ist auch an dem Tag nicht da. Nimm mich mit, würde ich sagen. Ja, ich hätte auch genug Überstunden, aber ja, weiß ich nicht, ich hätte dann irgendwie schlechtes gewesen, wenn ich dann Brückentag hätte und die Kollegen, die jetzt nicht zwei Wochen Urlaub hatten, keinen. Ja, verstehe ich auch. Und wenn man ein Homeoffice hat und nicht viel los ist, dann hat das auch immer so was von einem Urlaubstag fast schon. Ohne das jetzt zu sehr ins Detail geht zu wollen, aber man kann sich das ja denken. Das ist ja das Geile am Homeoffice. Wenn du irgendwie nichts zu tun hast und kein Homeoffice hast, dann musst du da in der Firma rumgammeln und irgendwas machen, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Bleistifte sortieren und zu Hause halt nicht. Also ich hatte jetzt, seitdem ich Final Fantasy angefangen habe, habe ich jetzt, glaube ich, zweimal Homeoffice gehabt und ich habe die ganze Zeit gegrindet und dann zwischendurch ans Telefon reingegangen an der Stelle. War, war, also ich muss sagen, eben bei uns sind die beste Beschäftigung, wenn du sowieso irgendwas hast mit Homeoffice oder sowas, kannst du währenddessen das machen. Das ist das absolut Beste. Das nennt sich produktives Arbeiten. Das nennt sich produktives Arbeiten, ist so. Ich quine ja an der Stelle, also das ist ja nicht so, als würde ich nichts machen. Und da kommen die Sidequests rein. Ja, da kommen die Sidequests. Ja, aber das ist ja das, also klar, man arbeitet ja auch im Homeoffice, das ist ja jetzt nicht so, dass man nur zockt, also, aber du hast ja, das ist ja dieses, das ist ja sogar schon wissenschaftlich bestätigt, aber diese ganzen konservativen Arbeitgeber wollen das halt nicht verstehen. Dass du in den 40 Stunden, ja, du arbeitest in der 40 Stunden Woche nicht 40 Stunden, das macht niemand. Nee, macht niemand. Du arbeitest 30 Stunden höchstens. Die restliche Zeit liest du PDFs oder trinkst Kaffee oder bist auf dem Klo oder, aber das verstehen die Chefs nicht, die wollen halt halt... Oder liest die Endzone. Ja. Die Chefs sind halt dumm und denken dann so, ich muss ihn kontrollieren, das ist doch kontraproduktiv. Und deswegen bin ich froh, dass ich einen Job habe, oder sagen wir es mal so, die Macht habe, mir einen Job zu suchen, wo ich Homeoffice machen kann. Ich wäre einer von den Leuten, die würden sich schon mega darüber freuen, wenn es eine Viertageswoche gibt, aber wir leben hier leider in der dritten Welt, Land Deutschland, da gibt es das nicht. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt von dem? Ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt. Ich überlege gerade, wie ich sie erzähle. Also es ist von meinem Bruder, ein Kumpel, den kenne ich halt auch, so bekannter. Ja, also ja, ich habe mit dem eigentlich nichts zu tun, aber ich kenne ihn halt. Der hat ein Abitur von 1,0 gehabt. Konnte dann keinen Doktorand studieren, weil es keine Stellen gab, obwohl er Abitur 1,0 hatte. Dann hat er Chemie studiert, Master 1,0. Also ich labere jetzt nicht, also der hat wirklich 1,0, also überall eine 1. Das ist ein Genie, dieser Typ. Ja, dann hat er irgendwie erst mal Jobs gehabt und hat sich immer nur so Jobs 32 Stunden gesucht, weil er keinen Bock hatte zu arbeiten. Ja, verstehe. Und jetzt beim Vorstellungsgespräch, oder er wurde dann auf Xing irgendwie angeschrieben, ob er da hin will. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich will eigentlich nicht wechseln, weil ich habe keine Lust, Vollzeit zu arbeiten. Kann ich diese Stelle dann auch als 32 Stunden oder was weiß ich, was er gesagt hat, machen? Ich kenne die Geschichte dann nur von meinem jüngeren Bruder. Und dann haben die gesagt, ja, ist kein Problem, kommen Sie mal beim Vorstellungsgespräch vorbei. Und dann war er beim Vorstellungsgespräch und er wurde eine Stunde lang nur gefragt und musste sich rechtfertigen, warum er nicht Vollzeit arbeiten will. Weil mir meine Freizeit wertvoll ist. Punkt. Ist das nicht geil? Weil Lebenszeit wertvoller ist für mich als Geld. Aber so eine Sache haben wir auch bei uns, also zur schulischen Zeit. Und zwar Lehrer denken, wir haben 48 Stunden am Tag und können alle Aufgaben erledigen. Als wäre es nicht so, als hätten wir dauerhaft acht Stunden. Dann geben die uns erstmal noch schön viele Hausaufgaben auf und sagen, jo, ich könnte ja erledigen. Es sind zwar nur zwei, drei Stunden, die ihr braucht für alles Einzelne, aber ihr habt ja so viel Zeit und dann fragen wir uns, warum wir so müde sind, wenn wir ankommen. Oder wenn die Hausaufgaben nicht gemacht werden, aus Prinzip nicht auch nicht. Ja, ist so. Ich hatte öfters den Gedanken, die nicht zu machen, aus dem Grund, weil ich Besseres zu tun habe, um ehrlich zu sein. Ist doch so, ja. Ich werde das nur brauchen, wenn ich Lehrer werden will oder zur Schule gehe. Mal analysieren muss ich nicht überall. Doch. Ich finde halt an und für sich, Hausaufgaben, ich bin gemischter Meinung an der Stelle. Andererseits brauchst du die Wiederholung und brauchst du den Lern im Endeffekt. Teilweise finde ich es einfach nur übertrieben, wenn es dann wirklich jeder an der Stelle macht. Aber das ist auch das Problem, was ich so sehe, die koordinieren sich ja auch nicht an der Stelle. Die sagen einfach, okay, ihr kriegt von mir aus Aufgaben, ihr kriegt von dem aus Aufgaben. Hier habt ihr übrigens von drei, vier, fünf Fächern für den nächsten Tag habt ihr Hausaufgaben. Also, ne, an die Arbeit, ne? Das ist das, was irgendwie unterschätzt wird an der Stelle, dieses, du sitzt eh schon acht Stunden, du bist in der Arbeit sozusagen, in der Schule. Wenn man so will. Und dann sitzt du dich aber abends nochmal zwei, drei Stunden hin oder musst dich zwei, drei Stunden hinsetzen, weil am nächsten Tag Hausaufgaben sind. Und vergiss nicht die zwei Klausuren, die am nächsten Tag aber noch sind. Genau das ist ein Argument für mich, lieber arbeiten zu gehen als Schule zu machen, weil wenn ich mit Arbeiten fertig bin, war es das für mich so ziemlich, weil ich keine Hausaufgaben kriege. Also ich von meiner Seite zumindest an der Stelle, ich war mega happy, sobald ich meine Ausbildung beendet hatte, dass ich nicht mehr Schule gehen muss, nichts mehr machen muss, sondern ich gehe ja nur noch schaffen. Ich mache meine Arbeit, so wie es sich an der Stelle gehört, wie es von meinem Arbeitgeber vorgesetzt ist und abends um 17 Uhr kann ich abschalten und bin dann komplett nur noch für mich an der Stelle und für das, was mich beschäftigt und interessiert. Ja, aber Arbeit ist wesentlich anstrengender, weil du halt, je nachdem, was du machst, sei es jetzt körperlich oder geistig, bist teilweise einfach fertig. Und ja, beim Arbeiten ist ja nicht nur Arbeiten, das ist ja dann auch hinfahren, zurückfahren. Auch das, ja. Vor allen Dingen, je nachdem, ja. Das Problem, was ich auch sehe bei der Arbeit, du hast halt genauso wie in der Schule, hast du halt Leute, die du gar nicht riechen kannst im Geschäft. Und wenn du Glück hast, musst du mit denen sowieso nicht viel arbeiten, das habe ich zum Glück einigermaßen. Und du hast wenigstens einen Chef, der ganz deutlich sagt, ja, hier, ja, ist es scheißegal, was der sagt, du machst dein Geschäft gut und bist zufrieden. Das sagt zum Glück mein Chef, von dem her bin ich zufrieden. Da habe ich erstmal kein Problem mit. Habe auch eine Geilserhöhung bekommen vor kurzem, von dem her bin ich mega happy. Ja, ja, Mini-Promos. Reichert Zellers. Ja, ja, ich müsste eigentlich mal demnächst verifiziert werden auf Twitter. Auf Twitter. Und ja, von dem her bin ich zufrieden, aber du hast halt später, vielleicht, wenn du das Problem hast, mit Mitgliedern im Team zu tun, die halt entweder zu wenig schaffen oder über dich schlecht reden oder irgend so ein Blödsinn. Und du musst aber... Das ist ja bei der Schule auch. Ja, davon lassen wir auch nicht beeinflussen. Ja, das Spagat musst du halt dann später im Leben halt ein bisschen anders machen. Gibt es halt nicht mehr so viel Druck im Sinne von Noten machen oder so und wie auch immer, aber du hast halt einen anderen Druck. Und was du halt auch hast in Büros ganz extrem, ich habe bisher noch keine Firma gehabt, wo das nicht so war, dieses Game of Thrones im Büro, Beförderung, Abkämpfe zwischen Abteilungen und das ist was, wo ich sehr froh bin, dass ich das im Homeoffice nicht mehr mitkriege. Ich wollte gerade sagen, Game of Thrones mäßig, da ist ja auch das mit dem Bettstüttchen an der Stelle manchmal dabei. Auch das ist mir, also mir selber nicht, aber habe ich schon mal was von gehört, das Arbeitskollegen. Da war ein Chef, der war Personalleiter, ist es wahrscheinlich immer noch. Okay. Der wollte nicht, dass seine Frau seine Gehaltsabrechnung sieht, deswegen mussten wir ihm seine Gehaltsabrechnung jedes Mal persönlich vorbeibringen, nachdem dieser Lauf vorbei ist. Okay. Und ja, dann hast du immer gesehen, dass der sich Freitagabends mit seiner Assistentin immer bei sich im Büro getroffen hat und montags waren immer leere Sektflaschen auf dem Tisch. Upsi. Baby, keep off your shoes. Take off your shoes. Und der war halt auch so einer, egal, wenn jetzt irgendjemand was hatte von wegen, ja, darf ich morgen zwei Minuten später kommen, war der halt sofort immer, nein, nein, nein. Und die durfte wirklich alles, und die durfte wirklich alles, also. Ich denke mal. Ist schon klar, was da gelaufen ist. Der hat die Bobbele, ist berührt, und sieh den Schniedi, und der ging's ab. Und leave your head on, da, 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 da. Also, worauf so eine Sache bei mir war, ich war ja eine Zeit mehr zu Hause, in Quarantäne, und ich musste mir natürlich Aufgaben abholen von Lehrern, und einer meiner Lehrer hat mir zurückgeschrieben und meinte, ich gebe dir keine Aufgaben, weil du arbeitsunfähig bist. Es ist mir viel wichtiger, dass du dich jetzt lieber ausrüstest. Das ist doch gut. Oh, geil, Mann. Wie nach Unsereich kommst, wenn du so bist. Ja, ich fand's wirklich super, dass er wenigstens sagt, ich möchte dich nicht überlassen, ruhe dich lieber aus, dass es jetzt viel wichtiger ist. Also, das ist ein Lehrer, dem das wohl der Schüler was angeht, oder das beschäftigt und Corona ernst nimmt, also von dem her ein bester Lehrer, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja, nee, finde ich super, so was. Da könnten sich so manche Arbeitgeber mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, bei dem ehemaligen Arbeitgeber, das war dann ja auch ein Grund, warum ich da dann nicht mehr arbeiten wollte. Der hat mir ja nicht mal gesagt, als ich Urlaub hatte, dass meine Kollegin, die Mutter Corona-positiv ist und sie in Quarantäne war. Und ich war dann zwei Wochen überall in der Weltgeschichte und wahrscheinlich auch infiziert. Ich meine, das habe ich damals niemals sogar da angesprochen, aber das war dann der Fick-Dich-Stecker, den ich dann gezogen habe. Ja. Weil das fand ich echt... Eieiei, Quark, ich bin raus. Und dann hatte ich da sogar noch angeboten zu arbeiten, obwohl ich angeschlagen war und krank, aber dann von zu Hause, um niemanden anzustecken. Und dann, ich Idiot, hat sie dann halt gesagt, ja, ist okay. Und dann, wo es mir ein bisschen besser geht, ich aber noch leichte Symptome hatte, habe ich dann gesagt, ja, ich könnte theoretisch kommen, aber es wäre ja besser, wenn ich doch noch zu Hause bleiben würde, um niemanden anzustecken. Da musste ich dann wieder ins Büro, ne? Und dann dachte ich mir, F-U-C-K-U. Ja, so ist es. Dann zog er zu einem anderen Arbeitgeber. Ich finde das übrigens auch richtig, also ich will eigentlich gar nicht über politische Themen sprechen, aber es ist übergreifend politisch, es ist also unpolitischer eigentlich. Das ist jetzt, aber es ist leider politisch. Irgendeiner in Luxemburg, ich weiß nicht welche Partei, deswegen kann ich es mal sagen, hat gefordert, EU-weit Beschränkung Autobahn-Tempo und zweimal in der Woche Homeoffice wegen Corona und Russland. Und das fand ich echt gut. Ja. Da denkt jemand mal nach über das Leben. Aber naja. Oh, wir sind im Finale. Wir sind im Finale, wie ihr seht, Wahnsinn. Und das mit der Sprungprobe, also eigentlich ist jeder für sich an der Stelle. Mehr oder weniger. Aber auch wegen der Regierung, denen ist es halt echt wichtig, zwei Sachen am Leben zu halten, und zwar einmal die Schule und zum anderen die Arbeit. Ja. Also die schalten das so in Notfällen ab. Ich meine, bei uns war es auch so, wir haben kein Freibekommen wegen des Sturms, sondern erst am Tag darauf, wo ich sogar sagen muss, dass der Sturm da viel harmloser war. Mhm. Und ich durfte erst mal schön während des Sturms nach Hause gehen und mich für eine Stimme unter dem Dach verstecken. Ja, stell dich nicht an, da ist immer noch ein bisschen Wind. Ja, ja. Jetzt heute der Sturm oder wann? Äh, nee, der am Donnerstag. Ach so, weil es war ja Tornado in Paderborn. Ein Tornado? Ja, wirklich ein Tornado war in Paderborn. Krass. Das ist ja gar nicht so weit weg von da, wo ich wohne, ungefähr eine Stunde. Also Glück gehabt. Oh, die finde ich eklig, wo es dann so nah beieinander ist, sind die komischen Pflöcke. Okay. Ja, aber Deutsche sind halt immer die Wirtschaft zuerst. Wirtschaft zuerst auf jeden Fall immer. Industry first. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen verständlich, weil es ja die Macht des Landes ist, so gesehen, aber... Ja. Außer wenn du Nordkorea bist, dann ist es halt die Armee, aber... Dass es ein gutes Segway ist, weil wir haben vor kurzem reagiert, Barry und ich, auf Propaganda-Videos. Ich bin tot. Oh. Dann müssen wir das Carrying hier an der Stelle. Huah. Der hat schon konzentriert. Jop. Ultra-Instinkt wirkt hier nix. Das darfst du nicht sagen, Zellos, du hast das noch nicht geguckt. Stimmt, aber ich habe Memes gesehen. Ja, das reicht nicht. Oder der war fies. Aber wer ist denn der Eisbär von uns? Der hat das gerade echt gut gemacht. Das war das, was ich. Okay, ich meine natürlich nicht gut gemacht. Oh, okay. Nein, hast du gut gemacht. Ich will, er gewisse Spyers. Ja, nee, aber Dragon Ball ist super. Ich kann mir das nicht angucken. Ich habe jetzt erst mal gestern Spikes Family geschaut an der Stelle. Wurde mir ständig empfohlen, dass ich es mal gucken soll. Und dann habe ich gesagt, okay, nach Smash Ball ist nach dem Stream ziehe ich mir das jetzt rein. Bei Animes bin ich raus, da habe ich keine Ahnung von. Voll schön. Ja, außer aus dem Dragon Ball halt. Aus dem Dragon Ball, ja. Das gucke ich gerne. Ah, dann kannst du mal hier vorbei sein. Na, echt so. Das sind ein bisschen zu viele Sprünge. Guck mal, der da drüben, der ist... Ach nee, ihr guckt nicht. Ich erzähle das nur. Der drüben ist ganz alleine. Und langweilt sich übelst. Und ihr seid da zu viert. Ja gut, wir wuseln halt hier ein bisschen. Das ist das Problem. Ein Gruppenkuschel. Wer ist der Papagei? Bei dem sehe ich irgendwie schwarz. Ich glaube, das ist ein Random, ja. Und da ist er weg. Ha, ich bin Hellseher. Ja, du bist ein Hellseher, Alter. Also, die anderen drei... Boah, hatte Zellos gerade Glück und jetzt Pech. Los, Big Tenix. Du musst gewinnen. Konzentriert. Gut. Mach, mach, machst du gut. Ah, kann die andere nicht verrecken hier. Guck ganze Zeit der anderen zu. Ich hoffe, dass die irgendwann mal einen blöden Rumpler macht. Alter, ihr seid ja das Wahnsinns. Wird das jetzt eigentlich dann immer schneller oder haben dann irgendwann beide gewonnen? Das wird immer schneller, ja. Das wird schon gefühlt sehr... Oh, da hatte Wig tenix ein bisschen Glück. Alles gut, alles gut, alles gut. Schön langsam. Oh, das war gefährlich gerade. Das ist so spannend. Alter. Alter, jetzt seid ja beide des Wahnsinns, Alter. Ich gucke beiden so ein bisschen zu, gerade ist das echt krass. Ich glaube, da stirbt keiner. Alter, was passiert eigentlich, wenn das Ding jetzt ewig weitergeht, Alter? Ja, das frage ich mich halt gerade auch, ne? Habt man irgendwann beide gewonnen, oder? Oh, Wig tenix hat Glück gehabt. Das ist bestimmt ein Roboter, der andere. Ja, dann müsste ja Wig tenix auch ein Roboter sein. Schön ist er das ja. Ein Bot-Tinix. Oh, Alter. So viel schneller wird es jetzt gerade irgendwie nicht, als vor einer halben Minute. Nee. Ich glaube, das ist die Maximalgeschwindigkeit gerade schon. Mehr geht da nicht. Vor allem, irgendwann ist das Ding doch auf der gleichen Höhe wie das obere, ne? Dann kannst du ja gar nicht mehr. Ja, ist es auch zwischendurch. Aber die Geschwindigkeit ist jetzt von dem unteren so schnell, dass du es gut einschätzen kannst, wann du drunter und drüber musst. Oh, ein bisschen schneller wird es doch tatsächlich. Oha. Ich muss ja gefühlt wirklich alle zwei Sekunden springen. Genauso wie Wig tenix gerade. Wir drücken die Daumen. Wir drücken dem Wig tenix die Daumen, ja. Glaub mal dich. Alter, kann die mal einen Fehler machen, ey. Ey, das ist ja Wahnsinn. Die längste Runde im Volk, als du hier gesehen hast, Alter. Ich wäre schon längst 13 Mal tot. Und? Ist der eine runtergeflogen? Er ist runtergeflogen, ja. Juhu. Ich habe es aber auch nur so halber gewählt. Wig tenix hat uns gecarried. Wig tenix hat uns krass gecarried, Alter. Du bist der Beste, Mann. Ich bin mega stolz auf dich. Mein erster Win im Spiel. Echt? Das glaube ich nicht. Echt? Jetzt wirklich? Ich glaube schon, ja. Wow. Dafür bist du aber ziemlich gut. Ja, ein bisschen konsumt. Man hat irgendwann den Rhythmus raus. Ja. Ich habe auch immer versucht, wenn die beiden gleich waren, mal schön in die Mitte zu kommen, damit ich da irgendwie so durchgekfälscht werde. Hat sogar funktioniert. Alter, jetzt habe ich so viele komische Coins bekommen, weiß gar nicht, was die alle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, was das macht. Aber das System ändert sich, glaube ich, eh nochmal dann komplett, wenn es Free-to-Play wird. Glaube ich. Das denke ich mir auch. Oh, ich habe wackeeres Würstchen als Titel gekriegt. Oh, geil. Oh, jetzt muss man alles einzeln abholen, was man gekriegt hat. Ja, das muss man alles einzeln abholen. Ich muss gerade auch ein bisschen minimalen setzen. So. Oh, ich bin ein Ork-Samurai. Let's go. Nicht schlecht. Ja, wenn das Free-to-Play wird, bin ich mal gespannt. Ich meine, der große Hype bei Fortnite ist ja eh vorbei, aber... Ja, oh mein Gott. Ja, eben. Wie hat es überhaupt einen großen Hype gehabt? Der war ja je nach drei Wochen vorbei. Mhm. Ich habe Jeeba auch schon lange tot, als das von Free-to-Play war. Ja, das ist echt vor allem, wie kurzlebig teilweise auch die Games mittlerweile werden. Aber ja, gut. Also, was ich auch letztens vor kurzem gelesen habe, dadurch, dass jetzt Elden Ring auch schon eine gewisse Zeit rausgekommen ist, dass die Zeitschriften jetzt sagen, 90 Prozent weniger Aktivität als vor ein paar Monaten, wo das rausgekommen ist. Ach, das ist ja bei jedem Spiel so, außer wenn es jetzt Fortnite oder League of Legends oder sowas. Weißt du, es ist auch ein Singleplayer-Spiel an der Stelle. Ja, eben. Und du spielst ja eigentlich ab und zu nochmal einen Bosse-Koop oder du machst halt da mal ein bisschen Duelle gegen andere Spieler oder sowas. Aber das ist ja komplett optional. Das Spiel hat ja einen Singleplayer-Fokus an der Stelle. Und dann hat einer drunter geschrieben, ja, imagine playing a Singleplayer-Game and completing it, then stopping it. Ja, da ist aber wirklich was dran, ja. Na gut, es sind halt jetzt weniger Leute unterwegs, angeblich nach irgendeinem komischen Zeitschrift-Magazin gedönst. Das wird wahrscheinlich irgendein Polygon sein oder was an der Stelle. Ja gut, aber ja, es ist halt ein Singleplayer-Spiel, ne? Es ist nicht alles Service-Games, auch wenn die Zeitschriften das gerne hätten, weil sie darüber dann mehr berichten können. Richtig, ja. Ja. Oh, ich glaube nicht. Oh, ich schaffe es drüber. Ja, aber easy. Aber jeder hat so ein Spiel, welches er einfach nicht beenden kann. Beziehungsweise, wenn man so eine Zeit hat. Also ich habe es noch eines Tages mal vor zu beenden, aber ich habe mal, ich sage, Kirby, Alter, ist das einfach das krassere Spiel. Und dann muss ich halt, habe jetzt Kirby gespielt und jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit. Ich werde nicht weiter Elden wegen zocken. Ja, zählt aus Weißer, ich bin ja auch schon ein bisschen in der Sims-Soft-Verfahren. Ja, stimmt. Ja, du bist jetzt im Sims-Hype. Ich wollte eigentlich fast schon ein Gip einsticken, aber ich habe aber keine Ahnung, was wir über die Sims-Verfahren haben. Ah, scheiße. Welche Sims denn? Sims 4. Hast du das gekauft oder ist das im Game Pass? Ich hatte das mal gratis bekommen, weil das einmal gratis war. Ah, okay. Das letzte Mal habe ich mir einen DLC geholt, also einen Key. Der ist viel günstiger, aber immer was Kleines. Ich würde mir jetzt nicht jeden DLC direkt holen, sondern vielleicht so ein halbes Jahr immer etwas. Weil das Spiel macht schon Laune, weil ich mich selber oft habe, damit halte ich mich immer an den Haushalt wechsel. Wenn ich eine gewisse Sache erfüllt habe, dann habe ich sozusagen immer ein neues Szenario. Ja, das sind bei mir halt diese Fußball-Manager-Spiele, die ich privat viel spiele. Also, ich bin immer wieder fasziniert, weil für mich Sims ist leider so trocken, dass ich das nicht spielen kann. Na, auf Dauer irgendwie. Das ist für mich an der Stelle so. Ich brauche eine Plattformer, ich brauche irgendwas Actionreicheres. Ich möchte irgendwie einen direkten Einfluss haben auf das, was im Bildschirm passiert. Sonst habe ich bei Sims halt nicht so den Effekt, sage ich mal. Ja, ich bin da so eher der ruhigere. Sims ist halt immer so zum Abschalten, dann mache ich im Hintergrund immer so ein YouTube-Video, wo man zuhören kann. Macht immer Bock. Oder ich spiele, wenn ich mal mit Freunden was mache, das spiele auch was ruhigeres. Das ist so ein Spiel, was eigentlich als Brettspiel erschienen ist, aber auch auf Steam verfügbar. Nennt sich Talisman. Und wenn halt jemand dran ist, wenn man jetzt zu sechs spielt, kann man halt schön warten, bis man selber dran ist. Kann ein bisschen zugucken, abschalten. Da hatte ich früher auch so ein digitales Brettspiel, beziehungsweise das habe ich immer noch, aber das ist halt im Prinzip, gut sind halt Animentchen, aber das ist halt nichts für der Otaku-Geek, das ist viel zu langweilig dafür. 100% Orange Juice ist auch so ein Spiel, wo mir mega gefällt. Aber das ist etwas, wo ich mal zu Anfangszeiten echt viel gespielt habe mit Freunden, aber dann hat es halt abgeflacht. Aber das ist eines der wenigen, wo ich mal spielen würde, tatsächlich in die Richtung. Und hallo Neptiksock, ja, wenn wir gleich mal rausfliegen, kann ich gerne den Shop mal kurz zeigen. Ja, selbstverständlich. Du bist wahrscheinlich zu faul, dich einzuloggen, oder? Ich kenne dich doch. Aber da wir hier gewinnen, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, ich glaube, unser vierter Mann, der hat es komplett verkackt an der Stelle. Ach, wir sind schon raus? Okay, dann hätte ich das nicht sagen sollen mit dem Gewinnen. Nee, dann tun wir ihm den Gefallen und zeigen ihm mal kurz für zwei Sekunden den Shop. Ganze drei Sekunden, zwei Sekunden? Wahrscheinlich wäre es schneller gewesen, hätte es für das Spiel gerade selbst gestartet, aber... Ja, nee, da musst du erst mal durch diesen Sicherheitsclient von denen durch und dann musst du anschließend erst die ganzen Werbedinger durchklicken und dann... Darf ich dir zeigen, lieber Neptiksock, du kannst dir kaufen Madame von Bronwen, ein Audio-Display, nochmal Madame von Bronwen, eine Lege deren Astro-Kapitän, Vulkan, Pinguin, Mineral, Brawlingmeister und Sonnengelb. Das untere hast du, du, das obere haben wir alle. Echt? Ich hol mir das hier mal. Ich hab was anderes. Die oberen haben wir alle. Gern geschehen. Aber die sind durchgereiht. Astro-Kapitän, hol ich mir den? Nö. Ich spar lieber, vielleicht kommt irgendwann was Cooles. Ich hab mir ein Flamenco-Röckchen geholt. Geil. Passend für meinen Org demnächst. Ich hol mir jetzt Audio-Display, sieht cool aus. Oh, süß, der Cookie ist ja süß. Ja. Der Ginger-Big-Man. Oh, hier steht, wie lange die Season noch geht. Noch 31 Tage. 31 Tage, ja, ich seh's grad, ja. Genau. Okay. Dann ist es für die Switch dann auch draußen. Also, sobald ich weiß, kommt es für die Switch, wenn diese Season vorbei ist. Also Ende Juni oder so. Ja. Musst dich noch im Monat gedulden. Ich glaub, dann werde ich auch auf die Xbox-Version wechseln. Also, weil die Xbox eher geschlossen ist und wahrscheinlich besser und flüssiger laufen wird, als das hier auf meinem mittelmäßigen PC, wobei so viel frisst sie ja eigentlich nicht, ne? Mhm. Hat der dann eh Cross-Play und Cross-Safe, was ich sehr cool finde. Freut sich Twibi auch, wenn das rauskommt. Ja, ja, glaub ich. Und dann gibt's bestimmt ein Crossover-Event mit Fall Guys und, ähm, Fortnite. Mhm. Hundertprozentig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann Skins und Fall Guys gibt. Bei Fortnite wüsste ich jetzt nicht unbedingt, was man da einbauen könnte, was irgendwie... Ja, keine Ahnung, irgendwelche Geräusche. Hm, wuhu. Backpack. So ein Fall Guys, Backpack. Dieses, Diditit, wenn man spawnt, war's relativ. Hm, okay. Es gibt ja immer so Geräusche, die einen so, ähm, beeinflussen bei Videospielen. Sei es dieses, dieses Münzgeräusch bei Mario oder das Bananengeräusch bei Donkey Kong. Bei Fortnite ist es halt, Diditit. Dieses Geräusch hat sich so in meinem Gähnen verbaut. Diditit. Ja, und auch dieses, wuhu. Von den, von den Fall Guys Figürchen, ja. Aber ja. So ein Soundpack, ja. Hm, okay. Ich liebe auch dieses, also die, die ich gerade gesagt habe, dieses Affen-Bananen-Geräusch und dieses Münz-Gosher-Mario, das ist einfach ein tolles Geräusch. Also, was wir damals schon echt gut gemacht haben vom Sound-Design her, ist einfach dieses Münzen-Einsammeln, das macht Spaß, Münzen zu sammeln. Einfach, weil du dann dieses süchtig machende Geräusche an der Stelle hast. Ja, das ist zwar unterbewusst, aber das beeinflusst mehr, als man denkt. Das ist unterbewusst, ja. Ach, wir machen ja gar nicht, Team. Muss ich mich ja anstrengen. Everyone for it's himself, it's self und so. Ich bin so schlecht, aber nein, ich bin gerade im Ziel gewesen. Wir haben es gerade gesehen. Zwei Sekunden, ein Zehntel zu spät. Ey. Aber ich bin noch da. Ja, wir werden eh nicht mehr so lange überleben, fürchte ich. Ja, ich bin voller, voller Selbstvertrauen. Machen wir schon. Ja, nö, auch keine Ahnung. Wir hatten ja eben über Spiele, die rauskommen. Bei mir ist jetzt außer dem Mario-Fußballer und dem Pokémon-Spiel wirklich überhaupt nichts. Ich wüsste auch nicht, was im Herbst jetzt noch rauskommt, was mich so wegflasht. Mir fehlt irgendwie im Moment so ein bisschen so die Next-Gen-Spiele. Irgendwie gibt es gefühlt gar keine. Nicht wirklich, nee. Tatsächlich, ja. Also wenn ich jetzt Xbox und Playstation... Klar... Die Indie-Szene, die holt jetzt ganz schön nach, finde ich. Also die holt sich... Da gab es jetzt vor kurzem auch von Nintendo tatsächlich eine Indie-Showcase wieder an der Stelle. Viele Musik-Spiele, viele Story-getriebene Spiele, so ein bisschen in die Richtung... Artful Escape, so ein bisschen in die Richtung. Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Jetzt nicht unbedingt, was ich mir instant holen würde. Ich würde mir das vielleicht mal irgendwo mal anschauen, eine Meinung bilden. Aber gefühlt von so Triple-A... Ja, gefühlt kommt da sehr wenig gerade, ja. Ja, wird halt immer weniger, weil immer mehr Handy und Service-Games und sowas. Das ist ja... Aber ich finde, der Sommer ist recht gut gestaltet für mich persönlich. Also für mich persönlich auch, ja. Also da ist der Wichtigste wahrscheinlich genauso wie ich jetzt... Was kommt denn da raus? Vielleicht habe ich ja was vergessen. Wir freuen uns mega auf den Xenoblade Chronicles 3. Das kommt in den Juni raus. Und Fire Emblem, Free Hopes. Fire Emblem ist nicht mein Spiel und für Xenoblade habe ich leider keine Zeit. Richtig, ja. Das ist aber nicht das reguläre Fire Emblem. Das ist eher Warriors. Ja, ich hasse halt Taktik-RPGs. Achso, bläh. Das ist ein Warriors-Spiel. Ja, dann erst recht nicht. Dann noch weniger. Ich würde gerade sagen, du kennst ja bestimmt auch ein paar Warrior Games. Ja, ich kenne sehr viele. Also die habe ich nicht gespielt, aber ich kenne Warrior Games und ich mag die nicht. Ist mir zu stumpf. Muss man ein Fan davon sein. Ich hole mir eigentlich auch nur die Warrior Games, die mich für das Franchise, wo mich eh interessiert. Ja, die waren aber halt auch technisch extrem schwach. Da gab es übelst viele Frame-Einbrüche bei den Warrior-Spielen, habe ich gelesen. Das einzigste Warrior-Spiel, was keinem bewusst ist, aber das ist ein Warrior-Spiel. Es gibt zwei Attack on Titan-Spiele auf Steam. Das sind beides Warrior-Spiele. Aber die Spielmechanik ist nicht so, wie du gehst einfach von Basis zu Basis. Du hast halt wirklich dieses Attack on Titan hier. Ich gehe mit den komischen Schnüren, seite mich an Gebäuden entlang und sowas. Und schneide den Titanen dann den Nacken auf oder wie auch immer. Und was kommt noch so raus? Achso, wollte ich nicht. Was kommt noch so raus? Außer dem Mario-Fußball-Spiel. Gut, für mich halt Monster Hunter DLC, wie gesagt. Ja, ich meine so allgemein. Also, ja, Monster Hunter auch nichts für mich. Sonst müsst ihr ja ein bisschen überlegen, ne? Musst ihr auch nachdenken, aber ich glaube, sonst wäre da nichts. Ich wüsste gerade nichts für August. Zumindest jetzt an der Stelle. Ja, Game Pass regelt halt, ne? Da ist immer irgendwas drin. Gucke ich mir vielleicht auch irgendwann Loot River nochmal an, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht zu anstrengend für mich ist, das Spiel. Aber so, eigentlich ist Loot River, glaube ich, ganz geil. Wenn es ja mal Tunic durchzocken hat. Näääää. Tunic war doch nicht schlecht, fand ich. Ja, aber da würde ich mir lieber ein normales Zelda holen oder ein normales Zelda nachholen. Ja, okay. Und das Problem bei solchen Spielen wie Tunic, wenn die keine Story haben, das war auch bei Oceanborn bei mir so der Fall, das habe ich mir auch geholt. Das hat halt keine Story und dann hat es mich irgendwann so wenig Interesse. Da dachte ich mir, warum spiele ich das überhaupt? Das wäre bei Tunic halt genau das Gleiche. Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen mitdenken, hier ausweichen. Kommen von beiden Seiten Sachen? Ne, ne? Ne, von einer Seite nur. Von rechts. Ja, weiß ich nicht. Also, das gucke ich mir vielleicht nochmal an, aber dann wollte ich mir den DIA-Simulator noch angucken. Ah, okay. Ich werde vielleicht auch mal irgendwann mal was für den Stream. Mal gucken. Oh, fuck. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Nein, ich rutsche. Wie regt sich das Ding hier? Ach, da. Ich wünsche dir viel Erfolg, Baby. Das ist liebenswürdig von dir. Wo geht es hier weiter? Äh, rechts. Genau. Nice. Jetzt hoch. Jawohl. Nice. Jetzt rüber. Wohin? Wohin? Hä? Bei der Plattform runter. Die taugt jetzt gleich wieder auf. Ich glaube, das Level habe ich noch nie geschafft. Gespielt, glaube ich, schon. Oh, oh. Nein! Was? Okay, das sah bei mir anders aus. Bei mir auch. Das lag an deinem Spiel. Ja. Nennen wir es lag. Ah, ich war zu. Oh, es sind nur drei weiter. Krass. Ja, egal. Halbsewild. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir Teams spielen oder normal? Mir ist das egal. Wir können auch normal machen. Ich finde Gruppe eigentlich ganz gut. Aber ich finde auch dieses Free-for-All. Finde ich ganz gut. Können wir sowieso keine Dual-Dinger mehr machen. Von dem her würde ich auch die Teams... Ja, da muss derjenige, der rausfliegt, googeln, was für Spieler rauskommen. Ist das ein Deal? Ich wollte es gerade machen. Ja, das ist okay. Das ist ja mein Job hier. Aber ich finde es auch okay, dass nicht so viel rauskommt. Weil, wie gesagt, Game Pass, ich bin echt zufrieden damit. Ich wollte auch sagen, ja. Ich hätte eigentlich zum Beispiel mal Bock, das Dragon Quest 11 zu zocken. Life is Strange zock ich im Moment halt. Ja, das habe ich angezockt, auch über den Game Pass, letzten Sommer. Das fand ich ein bisschen langweilig. Das würde mich aber mal jucken, weil ich habe noch nie einen Dragon Quest gespielt, mal im Sommer zu machen. Das dachte ich mir auch. Hm? Das dachte ich mir auch bei Dragon Quest. 11 war mein erstes und ich wollte auch mal ausprobieren, als Hero in Smashbar. Ja, kann man ja mal machen. Habe ich halt auch ausprobiert. War jetzt relativ langweilig irgendwie, keine Ahnung. Aber. Okay. Ich fand es ganz okay. Muss ich auch zu Ende spielen. Muss ich auch noch an. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt nicht so, dass ich dachte, ach nee, da stecke ich jetzt 80 Stunden rein. Ich finde halt einfach auch nur den Artstyle von Toriyama. Ja, der ist cool. Super. Der ist halt echt geil. Das ist für mich schon eines der Argumente. Hast du oder habt ihr mitbekommen, es gibt ein Ni No Kuni Spiel demnächst? Echt? MMO Ni No Kuni. Für PC? Für PC Mobile, ja. Okay. Ich könnte mich vielleicht sogar interessieren. Was für ein Kampfstil? Hat, glaube ich, ein bisschen was von Ni No Kuni 2, wenn ich das jetzt so mal so. Da muss man auch ein Freund von sein, aber ich glaube, man hat trotzdem einen Begleiter von diesen kleinen Wesen da vom ersten Teil. Ich weiß aber nicht, ob die einen Einfluss haben im Kampf. Großartig. Das können wir doch irgendwann mal anzocken im Stream oder privat oder wie auch immer. Prinzipiell, ja. Wann kommt das denn raus? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab eine Vorababmeldung gemacht am 25.05. sogar schon. Aber das ist erst mal so close beta-mäßig. Aber da bist du drin? Ich hab mich vorab schon mal registriert, genau. Ja, dann machen wir das an dem Montag, dann, wenn das ist... Was ist denn das? Das ist doch gar nicht mehr so lange hin. Nee, 25. ist, glaube ich, Dienstag oder Montag? Bin ich mir sicher. Mathe. Kennt grad keine Mathe. Habt ihr sonst auch schon vom Smash-Krimen rausgehört? Multiversus? Ja. Multiversus, ja. Da hab ich gehört, ja. Ach, glaube ich, Smash auch nicht so sehr begeistert. Also, ich find Smash okay, aber ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan wie ihr alle, deswegen... Ja, werd ich... Wobei ich eigentlich Multiversus auch nur deshalb irgendwie lustig fand, weil die Charaktere und die Aufmachung von dem Trailer und so, die haben mir ganz gut gefallen. Ach, es gibt jetzt viele solche Smash-Klone. Also, Brawlhalla ist ein bisschen anders. Das Brawlhalla fand ich richtig gut übrigens. Aber Rikos hat sich ja immer geweigert, das zu spielen. Mein absoluter... Von Nickelodeon gibt's das ja jetzt dann, soweit ich weiß. Von PlayStation gab's früher mal. PlayStation All-Stores oder sowas. Ja, gibt jetzt ein paar. Nee, und wenn ich was zu empfehlen hätte, wäre das Rivals of Ither tatsächlich. Was von... Was so ein Brawl-Klon wäre. Ach, kurze Random-Frage. Es kommen noch zwei Funracer raus, die mich interessieren könnten. Vielleicht kommt ja einer davon in diesem Sommer raus. Dieses von Walt Disney. Ja. Und dieses eine koreanische. Was wahrscheinlich nicht so gut ist. Wie hieß das denn nochmal, das andere? Ich bin jetzt mal nur gerade von Jocobo Racing und ich würde... Ja, nee, das ist scheiße. ...von dem Disney-Racing-Gedönster... Das hab ich doch bei Steam, wie das heißt. Ich guck mal gerne nach. Card Riders Drift heißt das eine, glaub ich. Okay. Und das von Walt Disney weiß ich nicht. Aber das von Walt Disney sah gar nicht so schlecht aus. Und Free-to-Play... Ja, das ist auch Free-to-Play, ne? Das werd ich mir auf jeden Fall mal angucken. Was mich auch interessieren wird, wann der nächste Schub an Level kommt für Mario Kart 8. Ja. Ja, ich vermute Ende Juni oder ist garantiert wieder eine Nintendo Direct und dann sagen die bestimmt jetzt Shadow Drop bla 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 ab morgen. Ja, würd mich auch nicht wundern, ja. Also ja, im Juni schätze ich. Ja. Die Direct genauso stark wie die letzte. Ja gut, da werden die Pokémon zeigen, vielleicht. Ja, Pokémon werden sie zeigen halt, ja. Ja. Das ist zwei neue Zelda. Ja, Breath of the Wild 2, das weiß man auch noch nix davon, ja. Wurde ja auch verschoben. Aber die machen sie ehestens richtig nicht so wie Game Freak. Richtig. Ja, die hauen es nicht sofort raus, nur weil es Zeitdruck von oben gibt oder so. Ja, fängig auch gut. Machen sie richtig. Game Freak hat ja schon komplett verkackt damit. Das, was ich halt auch ein bisschen so traurig finde, dass es jetzt mittlerweile auch zu so einer Firma mutiert ist, die halt wirklich nur noch Pokémon gut kann, weil sie hat ja auch versucht, eigene Sachen mal rauszubringen auf der Switch. Echt? Das ist einfach qualitativ nicht so gut. Ja, so ein Town-RPG. Ach, da habe ich sogar glaube ich schon mal was von gehört. Ja, es ist auch nicht gut angekommen anscheinend. Also, so wie es aufgemacht ist und so wie es, ja. Du kannst theoretisch ein Wurstbrot verkaufen und da Pokémon draufschreiben und du hast es gleich zehn Millionen Mal verkauft. Ist das genau das? Genau, richtig. Du kannst ein Brot verkaufen mit einem Pikachu-Aufdruck und einem Eboli-Aufdruck und das war's. Ich würde es mir kaufen. So ist es. Ja, oder einen Toaster, der jedes Mal so einen Pikachu drauf toastet. Das ist auch, ich hatte mal gelesen, die stärkste Videospielmarke der Welt. Noch stärker als Mario. Ist so. Und auf Platz zwei war irgendwie Mario dann und Mario Kart. Das meiste Merchandise, was sie verkaufen, aber neben Flüschtiere ist natürlich auch Sammelkartenspiel und dann auch Anhänger und den ganzen Spaß. Also, Wahnsinn. Und dann catcht auch noch der Anime-Funk. Ja. Ja, das war schon eine schlaue Erfindung. Achso, ich wollte mal schnell nachgucken, was rauskommt. Und ich finde es auch irgendwie lustig, wenn du irgendwann in ein Restaurant gehst, wo da so ein bisschen familiärer ist und dann mal so Richtung Gerichte für Kinder und so guckst und Eisbecher und sowas, dann findest du auch wozu mal einfach mal einen Pikachu-Schnitzel oder einen fucking Pokémon-Eisbecher, wo dann so irgendwie verschiedenfarbig ist und was ist ich. Breakfast kommt für die Switch raus im Juni. Breakfast, okay. Track to Yomi, ja gut. Achso, hier ist noch Mai. Mai. Ja, das ist halt nichts für mich. Cow the Kangaroo und Plattform. Man, die könnt ihr sich immer mal angucken. Pro Cycling Manager, ja, den kaufe ich mir. Klingt nach einem Barry-Spiel. Marcus Strikers kommt am 10.6. raus. Geil. Genau, richtig, ja. Alles sogar richtig im Kopf gehabt. Mein Geldbeutel wird weinen. Ja. Okay, es kommt wirklich gar nichts im Juni. Und im Juni sind nur fünf Spiele und eins davon ist Formel 1 und ein Clonoa-Remake. Aber das Clonoa-Remake würde ich mir sogar holen, ja. Das ist was wieder für mich. Splatoon 3 kommt im September. Stimmt, das hab ich vergessen. Aber da weiß ich auch noch nicht, ob ich mir das hole. Da bin ich aber auch noch komplett. in der Skipsis-Seite. Also ich hab einfach Google-Spiele-Releases Sommer 2022 und dann der erste. Also kommt tatsächlich für mich nichts raus. Ist okay. Ja, das ist das. Ich freu mich jetzt aufs Monster und auf das DLC und dann müsste ich mal echt überlegen. Also bei Splatoon, da sag ich jetzt wirklich Nintendo, ihr müsst da jetzt viele Sachen verbessern. Sonst, nö. Also wenn das wieder genauso viele die gleichen Fehler hat wie Splatoon 1 und 2 mit den Lobbys und all diesem Scheiß. Dann werde ich mir das nicht kaufen. Da geht es noch nicht mal in die Richtung, sondern für mich ist einfach das ganze Splatoon-Prinzip ausgelutscht. Im ersten Teil habe ich es noch richtig, richtig gebockt. Es hat mir noch richtig Spaß gemacht, erster Teil. Zweiter Teil war so eine Bestätigung dazu, aber dann hast du leider auch gemerkt, dass so eine großartige Verbesserung oder Änderung gab es. Was ist das für ein Spiel? Keine Ahnung. Du hast Blaseneinsammel. Also die müssen wir drin. Okay, wir spielen im Team, ne? Das heißt, wenn ich es nicht checke, okay. Die spawnen immer in einen Punkt. Also Splatoon 3 muss halt Mehrwert bieten gegenüber Splatoon 2, warum man sich das kaufen sollte. Und ich habe so die Befürchtung, dass das nicht so sein wird. Ich wünsche mir immer noch einen Team-Deathmatch-Modus dafür mit vielleicht mehr Leuten als Vier. Ja, oder dass du halt sagen kannst, ich bin jetzt mit Salos und Vixenix in der Gruppe, ich will jetzt spielen mit denen und immer mit denen in der Gruppe sein. Weißt du? Und all solche Kleinigkeiten. Dann das Respawn. Also es gibt, da haben wir schon 100 Millionen Mal drüber gesprochen, was du da, dann die Legs, die das Spiel hat und alles Mögliche. Ich würde mich freuen für die Serie, wenn die sie, aber ich glaube einfach nicht dran, dass das so sein wird. Ich glaube, dass das einfach genau das gleiche Spiel wie Splatoon 2 sein wird. Einfach... Ja, zwei, drei Waffen mehr und dann werde ich mir das definitiv nicht kaufen. Ja, das ist leider das, was ich auch befürchte, ja. Sie machen auch das mit den Ultis und Fähigkeiten kaputt, dass sie das immer explosiv machen für den Teil. Ja gut, so tief bin ich da jetzt nicht drin, aber es ist irgendwie schade. Man könnte aus dieser Reihe echt mehr machen. Was ich an Splatoon, was mich, also neben diesen ganzen Lobby-Gedöns und all das, was ich am meisten an Splatoon hasse, ist dieses immer, du sammelst, brustest Waffen auf und dann verkaufst du das quasi, dass du im Prinzip deine Stats so krass farmen musst und nicht einfach sagst, ich will drei Geschwindigkeit auf meine Schuhe, vier Attack auf meine Brust, weißt du? Ja, es ist sehr grindy dafür, dass es eigentlich so ein Spiel ist, das nicht wirklich für den Grind ausgelegt ist. Ja, richtig, weil du immer das gleiche machst. Und vor allem, du hast vier Spielmodi und wenn du das random spielst und keine Freunde hast, kannst du nur einen Spielmodus spielen. What the fuck? Ich glaube, gerade schön brav Coins für uns. Soll dir einfach ein Battle Royale reinbringen. Ja, das werden sie wahrscheinlich. Das halte ich für durchaus realistisch, ja. Ja. Aber, ja, die müssen auf jeden Fall da irgendwie liefern, wenn das genauso wird wie der zweite Teil, dann sehe ich keinen Grund mehr, dass du kaufst. Ja. Da warte ich auch auf die erste Woche, wenn das mal rausnässt, dann zieh mir mal ein bisschen Gameplay rein und dann mal schauen. Ja, das wird ja im Juni ausgiebig vorgestellt werden, dann auf der E3, äh, auf der E3, auf der Dingsbums. Gamescom oder was ist das? Da wird es ja grundsätzlich schon fertig sein, bis auf ein paar Buffs und, äh, vielleicht denken die sich ja auch, vielleicht denken die auch wie wir und es verändert sich viel. Also es ist jetzt ja im Prinzip ja kein schlechtes Spiel, bis auf einige, ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die einfach das gleiche Spiel nochmal rausbringen. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Die Kleinigkeiten machen das Spiel halt nicht unbedingt besser. Okay, jetzt haben wir mal ganz schön viele von diesen komischen, lustigen Fehlerchen hier. Liegt bestimmt an meinem Skin-Moment. Bestimmt, die wollen sagen, ja, vielleicht darf man nicht zweimal den gleichen Skin benutzen. Moment. Das ist eine ungeschriebene Regel. Außer, außer wiegt ihr nichts, der darf das. Ja, ich kann nicht bereit machen. Wieso nicht? Geht nicht. Dann liegt das bei dir. Bist du schuld. Könnt ihr mich irgendwie rausschmeißen, nochmal wieder reinschmeißen? Das ist wieder angefangen. Jetzt ging es aber los mit dem Q und anscheinend. Geht es bei dir auch los, Barry? Dass du also, dass wir hier rumfallen und noten auf eine Runde? Dann starte ich mal das Spiel neu. Okay, wir schauen mal das Spiel neu. Wie mache ich das? Alt-F4. Einerseits bekannte Taktik. Bist du auch auf Konsolen reinpätschen? Danke. Ja, das ist richtig, ja. Ja, bei Konsolen gibt es leider kein Alt-F4. Brauch ich. Du kannst eine Tastatur anschließen und dann Alt-F4 drücken. Das habe ich bei der Wii U gemacht, wo es Monster Hunter 3 gab an der Stelle. Da hast du ja im Chat schreiben können. Anders ging es nicht. Verrückt. Ja. Da gab es nur so Kurzkommandos, wie ich leg eine Falle. Lololol, Idiot. Ne, gab es nicht. Nur Positives. Dann hat es der Tastatur angeschlossen und da hast du gesagt, lol, Scrap Noob. Was glaubt ihr, wie viele Stunden Rickors Fall Guys gespielt hat? Wie viele Stunden? Genauso viele, wie wir gestreamt haben, Fall Guys. Ne. Ne, sogar weniger. Leutlich weniger. Er hat 24 und ich habe Fall Guys Spielstunden 109. Stammt. Ist ja ein richtiger Suchti an der Stelle. Du hast doch auch bestimmt zu viel. Ich will es gar nicht gucken. Da gucke ich, 77. Scheiße, hat recht. Der Barry ist ein Suchti unter den Fall Guys Spielern hier. Ja, dann ladet mich schon mal ein. Ne, ich muss P drücken. Drücke Shift F und F3 um das Freundenfelder zu öffnen. Wollen die mich verarschen? Ja, das ist Quatsch. Ich mache das im Spiel. Über Epic Games. Ja, Free Title. Ja, bald geht das ja auch noch über Epic Games, ne? Ja, wahrscheinlich. Das fliegt bei Steam raus, wenn es Free2Play ist. Ist kein Witz, ist wirklich so. solange unser Scheiß wenigstens übernommen wird, ansonsten habe ich schon weniger Motivation. Ja, wie gesagt, Crossplay und Cross Save. Ist das nicht aber dann verfügbar trotzdem auf Steam? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, dann ist es da wahrscheinlich auch so. Was zum Beispiel mich auch mega verwirrt hat, aber das ist jetzt ein bisschen, abgesehen von Fall Guys, wenn du auf Steam guckst, Final Fantasy XIV, findest du ja einmal die Normalversion, die Luxe Version, aber du musst dann trotzdem dir einen Square Enix-Konto machen. Also sind die eigentlich mehr oder weniger nur deshalb in Steam Online, damit du dich bei dem Ihrem Portal anmeldest, mit den Daten, die du da extra erstellst. Also dann erkannt musst du extra erstellen. Du kriegst quasi nur einen Key in Steam, sozusagen, für die Aktivierung von dem Spiel und das sich Erweiterungskaufen und sowas. Das war es schon. Das heißt, du kaufst dir ein Konto. Du kaufst dir ein Konto, was du eigentlich auch normal machen könntest, indem du einfach dich offiziell bei denen anmeldest und dann sagst, ja, ich kaufe mir jetzt hier das Grundspiel mit 30 Tagen Ausprobierzeit und bla bla. Nein, nein, Korrektur, du kaufst dir eine Kontoerstellerlaubnis. Richtig, ja. Zeitlich begrenzt. Könnte man quasi NFT nennen, aber nee, NFT hieß es nicht. Ich finde irgendwie auch, Steam könnte mal so ein grafisches Redesign bekommen. Hast du öfters erwähnt, ja. Ja, ich finde das so, hässlich mittlerweile. Das sieht so Nullermäßig aus. So sah 2004 das Internet aus. Sieht, es sah nach 2004 aus, ja. Ich verstehe, was du meinst. An der Stelle auch die Such... Ja, das ist eine Katastrophe. Find ich auch nicht so schön, ja. Ich glaube, ich hätte mehr Geld auf Steam aufgeben, wenn es hübscher wäre. Also... Das ist altmodischer. Ja, nee. Aber das ist vielleicht auch so PC-Spielermäßig. PC-Spieler sind immer so altmodisch und machen nur das, was sie schon vor 100 Jahren gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das so ein PC-Spieler, liegt. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur dieses alteingefahrene, so ein bisschen... Sag ich ja, PC-Spieler. Es ist kein Shooter und kein Echtzeitstrategie-Spiel. Ich spiele es nicht. Nee, ich denke, es ist tatsächlich auch einfach nur von Valve und Steam her... Ja, wahrscheinlich. ich wollte nur Leute sinnlos beleidigen. Ja, wir werden irgendwann gecancelt, keine Sorge. Aber ich pass auf mit Gary Smart tatsächlich. Es sieht ja auch altmodisch aus und ich mag es trotzdem. Ich mag diesen Style. auch dieses Chat-Fenster, wo man einfach mit Leuten schreiben kann. Ich mag es einfach. Ja. Ist ja eigentlich automatisch schlecht, weil es alt ist, aber man merkt es halt auch auf Steam. Also ich finde jetzt, wenn ich zum Beispiel an einem bestimmten Spiel suchen würde und ich wüsste jetzt nicht, wie das heißt, dann würde ich nach Tags suchen und würde ich versuchen, okay, keine Ahnung, Multiplayer, Online-Multiplayer, Dings, Dings und dann musst du die Dinger aber anhaken an der Stelle. Und da gibt es jetzt kein richtiges Schönes, wo du in einem Bereich hast, filtern kannst, sondern du musst dann in die Suche rein und dann rechts die ganzen Haken setzen für die ganzen Sachen, die du da haben willst, Anime, Multiplayer, wie auch immer und dann zeigte dir an der Stelle nur, okay, die tausend Spiele gibt's und jetzt musst du dich bei, jetzt werden 50 angezeigt und für den nächsten 50 musst du die nächste Seite und dann ladet die Seite quasi immer wieder neu. Das ist, ich weiß nicht, das, ja. Wie sieht das eigentlich aus, dieser Epic Game Store? Die haben doch bestimmt den ganz schön viele Käufer weggenommen, oder? Ich finde aber auch den nicht wirklich schön. Nee, der ist mir zu, der ist vor allen Dingen so langsam irgendwie. Der ist langsam und so clicky, clicky, bunty an der Stelle. Du möchtest eigentlich an der Stelle nur die wöchentlichen Umsonstspiele mitnehmen und dann wird's das Ding eigentlich Ja, was anderes mache ich da drin tatsächlich nicht und ich spiele die Spiele nie. Ich nehme die immer jede Woche an, aber ich spiele sie. Ich hole die einfach jede Woche ab, was es da an der Stelle gibt und dann ist es meine Bibliothek mit 70 Spielen. Ja, bei mir auch, aber ich habe auch nie was davon gespielt. Kein einziges davon gespielt, genau. Absolut. Ich verzeih's Epic Games immer noch nicht, dass ich mir Slime Rancher gekauft hab bei Steam und zwei Wochen später als gratis war. Verzeih ich dir nicht. Boah. Das ist bitter. Irgendwann kamen dann Spiele, die ich schon als gratis abgegriffen hab, nochmal als gratis und dann hab ich aufgehört, mich da jede Woche einzulocken. Das war ungefähr vor einem halben Jahr. Irgendwann gab's dann nochmal die Tomb Raider-Spiele, alle umsonst. Da erhöhte sich mein Herzschlag und ich hab mich nochmal eingeloggt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass du öfters in Anführungszeichen genervt hast wegen dem Game Pass, weil ich finde den Game Pass echt vom Dings her geil. Irgendwann hab ich mal vor, den Dragon Quest 11 zu zocken, irgendwann will ich mal Lightning Returns zocken. Hab ich noch nie durchgezockt, nur angefangen. Final Fantasy 13.3. Ja, das hab ich nie. 13.3, nach 13.2 dachte ich mir, ihr könnt mich mal. Ja, so ungefähr bin ich auch unterwegs und dann hab ich mir mal eine Stunde Lightning Returns reingezogen, damals noch der PS3 und ja, war okay. Aber ich hab's dann unterbrochen, weil, ja, gab anderen Scheiß zu machen. Ich hab noch nie Final Fantasy gespielt. Warum eigentlich nicht? Fangen wir Teil 7 an, also nicht dem Remake, sondern mit dem alten. Und dann Spiel Teil 9 und dann Spiel Teil 10. Hab ich aber auch Schlüsse in 7.2, in alten. Ja. Aber ich will noch den 9, der sieht aus, als wäre... Nee, das ist Müll, das ist Müll. Aber ich bin auch alt und verbittert, vielleicht ist er für dich als junger Mensch. Ich find, äh, Final Fantasy 9 ist mein Liebling, tatsächlich. Meine ist 10. Also wenn ich einen rauspicken müsste, der mal ein Remake verdient, 10 hat ja schon eins. Ein Remake von 9 wäre aber echt schwer umzusetzen. Ja, stimmt. Ja, aber 9 ist aber, ja, ist mein dritter Teil, äh, dritter Platz bei Final Fantasy. Vielleicht sogar der zweite. Ich find's, es gibt Tage, da find ich das auch besser als Final Fantasy 7. Das Remake von Final Fantasy 7 hat, auch wenn das alte Spiel nichts dafür kann, das noch mal ein bisschen runtergezogen. Ironischerweise ist, mein Zweitplatz jetzt noch nicht mal ein Mainline-Title, sondern das ist so ein Spin-off in Form von Final Fantasy Tactics Advance, von Game Boy Advance damals. Ja gut. nämlich der Zweitbeste. Das soll aber auch ganz gut sein. Das ist auch gut, ja. Das hat ja auch nicht umsonsten Pop bekommen, damals auf der Winnie noch mal. Victinix ist bei mir irgendwie rausgeflogen und jetzt wieder reingeflogen. Wo bin ich rausgeflogen? Bei mir steht gerade, dass du wieder online bist und vorher standst du als offline. Na egal. Ich glaube, du hast ein Authentifizierungsproblem, mein lieber Barry. Nein, das liegt nicht. Ich bin nicht das Problem. Ja, Final Fantasy, aber dann ist halt der Entwickler nach diesem Kinofilm rausgegangen und seitdem ist die leider am Sterben. Auch Teil 16 habe ich null Hoffnung, habe ich mich auch null mit beschäftigt. Ich habe nur Action-Kampfsystem gelesen, da war ich schon unmotiviert, mich weiter damit zu beschäftigen. Meine persönliche Erfahrung jetzt bisher aus dem 14. Teil aus dem Online-MMO, ich spiele es halt wirklich tatsächlich als RPG first und MMOR second sozusagen. Also ab und zu spiele ich mal in Dungeons mit irgendwelchen Leuten, aber sonst genieße ich halt die Hauptstory. Fingy Story ist jetzt, ich bin noch in der allerersten im Grundspiel sozusagen. Die Story finde ich bis jetzt nicht schlecht, aber man merkt, es zieht sich ein bisschen. Viele Leute erzählen mir ab der zweiten und dritten Erweiterung zieht die Story an und wird deutlich interessanter mit mehr Twists und mehr Turns und allem möglichen. Aber ja, ich fand halt die ein oder andere Referenz auf ältere, auf, sagen wir mal, Namensgebungen. Es gibt ja eigentlich in jedem Final Fantasy gibt es ein Sith und in jedem Final Fantasy gibt es ein Biggs und Wedge und so. Spoiler und der Bösewicht ist mit dir verwandt. Spoiler Ende. Das ist in jedem Final Fantasy so. Und ich finde es halt irgendwie interessant, anstelle, dass es irgendwie in jedem Final Fantasy ein Sith und ein Biggs und Wedge gibt und die haben miteinander zu tun. Warum auch immer. Aber die haben meiner Meinung nach als alter Mann, die hätten das Kampfsystem rundenbasiert lassen sollen, klassisch, und nicht so Möchtigen Actionmäßig und dann in jedem Teil wieder komplett neu erfinden und... Ja, verstehe ich ja. Gefällt mir nicht. Wobei ich einer der wenigen bin, wo ich auch sage, das 13er kann das System nicht sein. Das 13er? Das war ja auch rundenbasiert. Das war noch rundenbasiert. Das war gut. Teil 13 war der letzte, den ich gut fand. Und Teil 12 habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gespielt. Ja. Mit diesem komischen halb automatisch, halb... Ich sage es mal so, bei Teil 12 haben die sich meiner Meinung nach zu sehr an Star Wars abgeguckt. Also ganz schön das Star Wars Abklatsch. Aber ich kann das verstehen, wenn man mit Teil 12 noch Spaß hatte. Den hatte ich nicht, aber das ist okay. Aber Teil 13 war wieder okay, war gut. Das längste Tutorial der Welt. 13.2 war noch okay, 13.3 war eine Unverschämtheit. Ja. 14, MMO, 15, Müll. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, für das, was das, ich finde, 14er ist vom Kampfsystem, orientiert sich an dem 12er so ein bisschen, wobei das deutlich, deutlich angepasst wurde natürlich als für den MMO-Halter an der Stelle. Aber beim, für 14 als MMO, da passt das Kampfsystem. Da bin ich, da bin ich zufrieden an der Stelle. Merk, die Mechaniken sind auch immer wieder ganz gut gewählt. Wenn dann irgendein Gegner, ein Boss, irgendwelche Zaubers spawnt, dann siehst du auch an der Stelle, wo das Areal beeinflusst wird und, ne, mir kenne ich es halt, MMOs Kind machen. Ja. Aber funktioniert ganz gut. 15 wiederum habe ich nicht gespielt, da kann ich nichts zu sagen. Bin ich komplett raus. Ja, ich finde es halt irgendwie, es gibt ja, wie hieß dieses Spiel nochmal? Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich fand es eigentlich ganz cool, dieses klassische RPG mit diesem 3D-Look. Nach der Vorgänge von Triangle, Stryker, wie? Octopath Traveler. Ja, genau, Octopath Traveler ist ein gutes Beispiel, das beweist, dass man auch noch in einem modernen RPG ein klassisches Kampfsystem einbauen kann. Genau. Square Enix, es ist von euch das Spiel. Nutzt das. Und nicht irgendein komisches Action-Clicky-Clicky, ich drücke die ganze Zeit eine Taste, Kampfsystem, was deep sein soll und im Prinzip drückst du nur die ganze Zeit die X-Taste. Was ich... Da habe ich keine Lust drauf. Ich finde auch einerseits merkwürdig, dass die auch... Ja, wobei, ich finde die Idee von Triangle Strategy, also von diesem Tactical RPG-Dings, was sie ähnlich aufgesetzt haben wie Final Fantasy Tactics, was ich ja eigentlich mag, was ich ja liebe an der Stelle. Aber irgendwie spricht mich das Spiel wiederum nicht an. Vielleicht auch einfach nur, weil es viel zu sehr in diese ernste, fast schon feiermäßige Story und Grafik und Stil übergeht. Weniger in dieses, wo du halt einfach mal einen komischen riesigen Hamster hast und der ist halt aus irgendeinem Grund irgendein Megamagier oder sowas und das gibt es halt bei Final Fantasy bei den frühen Teilen und jetzt ist alles nur noch generischer Typ mit silbernen Haaren. Hier, du hast irgendeine besondere Fähigkeit. Hier, viel Spaß. Ja, das ist halt Square Enix. Das ist Square Enix jetzt mittlerweile leider und das ist, ja... Deswegen habe ich auch null Hoffnung auf Final Fantasy. Ich würde es total geil finden, wenn Final Fantasy 16 jetzt wieder wird wie die alten und so klassisches System und bla bla bla, aber ich weiß, dass es nicht passiert und ich habe da keine Illusionen. Also für mich ist die Serie leider tot im Moment. Ich finde das halt um einiges interessanter in den Führern mit den verschiedenen Rassen, die man auch als Begleiter hat und alles mögliche und einfach was für unterschiedliche Arten von Charaktere. Und die Final Fantasy-Spiele früher, Achtung, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man die Spiele heute spielt, die hatten eine gute Story. Ja, verrückt, ne? Ich will jetzt nicht wieder mich zu sehr über Final Fantasy 15 aufregen, das ist nicht gut für mein Herz. Aber wer da die Story geschrieben hat, wenn ich den mal sehe, den tret ich richtig in die Eier. Und das ist ja das Wichtigste bei Final Fantasy war immer, das hat auch dieser alte Entwickler gemacht, der da leider nicht mehr arbeitet, er will in erster Linie eine gute Geschichte erzählen, hat er mal in so einem Interview gesagt und diesen Satz werde ich nicht vergessen. Und deswegen sind Final Fantasy 7 bis 10 auch so gut, weil die eine Geschichte erzählen. Ja. Und aufgrund dieser Geschichte wurde dann ein Spiel erstellt und heutzutage, oh wir brauchen einen klicky-klicky-bunty Kampfsystem. Ja. Dann nehmen wir mal einen Klischee-Helden, geben manche Nebenhelden gar keine Story und Ja, genau. Und übrigens, hier gibt es noch eine Story. Ja, genau. Wie, das Spiel hat keine Story? Ja, tut uns leid, deswegen bringen wir die Story jetzt als DLC nach. Final Fantasy 15, da war das so. Ja, um Gottes Willen. Und fährst du mit dem Oh nee, 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 ich will mich nicht aufregen, wir reden nicht über Final Fantasy 15. Also ich bin dann wiederum bei so Spielen, wo einfach alles passt. Fand ich zum Beispiel Devil May Cry 5, da hat einfach alles gepasst. Gameplay, Story hat mir alles super gut gefallen. Konnte ich, habe ich jetzt auch noch einmal gezeigt, ist ein bisschen Bayonetta-mäßig vom Kampfsystem her, deshalb kam ich da eigentlich ganz gut zurecht, aber da hat eigentlich für mich alles gepasst. Soundtrack, Spiel, Spielprinzip, Spielmechanik, Kampfsystem, super. Ich meine, die Story muss ja nicht immer gut sein. Ich merke zum Beispiel auch bei, also der erste Life is Strange, gut, gute Story, zweites Life is Strange, scheiße. Jetzt spiele ich das dritte und ich merke, okay, die Story ist eigentlich scheiße, aber die ist schon wieder so scheiße, dass es mich irgendwie unterhält. Also klischee-mäßig so. Okay, verstehe. Das heißt, die Story muss ja nicht unbedingt immer gut sein, aber es muss manchmal eine da sein. Das ist so die Sache. Wir machen das bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich würde jetzt mal. Geht einer mal zu den Roten, die behindern? Mach ich. Ja, okay, danke. Ich wollte gerade vorschlagen, entweder mache ich das oder einer von euch macht das jetzt. Oh, warte mal. Mach einfach so. Na ja. Oh, nicht im Weg stehen. Jawohl. Ein Geld machen wir jetzt. Fände ich gut. Ei. Der Gelbe hält mich fest. Ich halte den Gelben mal fest, schiebe mir in alle Ruhe die Kugel. Ja, ja, danke. Ah, es wird aber schwierig, da was zu machen jetzt hier. Ich gebe mein Bestes, sie festzuhalten. Ja, irgendwie müssen wir ein Roten stellen machen. Ne, wo ist ein Rot? Ich halte den Gelben fest. Ah, das war jetzt ein guter, ein guter Ding. Ich denke, wir sind draußen. Ah, ne, wir führen. Wir führen vor Rot zumindest, ja. Jawohl. Let's go. Die Roten behindert, erfolgreich. Das war knapp. Alles richtig gemacht. Jetzt kommt Fußball als Finalspiel, da hätte ich Bock drauf. Doch, ich bin im Tor und halte alles. Das ist ja vor allen Dingen, glaube ich, das Abschlussspiel für uns, oder? Was sagst du, Baby? Ja, eine Runde können wir danach noch machen. Aber dann ist Schluss. Dann was Leckeres zu Mittag machen. Ich wog jetzt noch mal abends das ist 14 Uhr. Ja, das ist, äh, ja. Na, okay. Das einzige Spiel, was beschissene wäre, wäre dieses komische Basketballspiel. Ja, stimmt. Boah, das ist ein richtiges Dreckspiel. Und das auch noch als Finale. Ich kann auf die Gegner los, ihr könnt hier coolen. Ich weiß gar nicht, was ich hier so wirklich machen soll. Wo sind die Batterien? Sind das diese Roten? Gegen, gegenlaufen tatsächlich nur. Felder ausfüllen. Felder ausfüllen, das ist, äh, können wir nicht einfach würfeln, wer gewinnt? Könnten wir auch machen, aber im Gegensatz zu Splatoon sind hier die Startpositionen besser und es leckt nicht. Stimmt. Hinter mir ist ein Blauer. Stark. Ja, ich hab mir die geklaut. Wo ist mein Energie-Ding? Ach, da sind Sprungschanze, da darf man nicht rüberlaufen. Achso. Äh, du verlierst aber die Batterie, ja, hab ich aufgemacht. Soll ich mal einfach einen Blau hinterherlaufen und die ganze Zeit seine Felder ausfüllen? Kannst du machen, ja, klar. Das geht, ist aber nur gut, wenn wir führen, sonst. Der wird nicht mehr hinterherlaufen. Wundervoll. Hört sich super an. Hilfe, hier sind zwei böse Bösis. Wir führen, ne? Nein, mir wurde leider, mir wurde leider meine Batterie abgenommen, aber ich, erkämpfe mir gerade die wieder zurück. ist mir eh gerade stark im Vorteil. Die Batterien sind da oben. Oh, da oben fährt einer ein. Das gefällt mir nicht. Ich brauche Unterstützung oben. Oh, da mache ich erst mal. Wir laufen gerade beide ein bisschen im Kreis und füllen unsere Felder gegenseitig aus. Aber das haben wir. War das jetzt das Finale, ja, ne? Das war das Finale, meine ich. Let's go! Überragende Leistung. Die eine Runde können wir noch machen. Also dann ist aber Schluss. Da haben wir sogar mal zwei Runden heute gewonnen. Hey, Wahnsinn. Mehr als sonst. Wir gewinnen die dritte auch noch. Ja, klar. Erstmal kriege ich lustige Punkte. Was hat das mit diesen Punkten da eigentlich auf sich? Das eine ist wahrscheinlich irgendein Kollaborationsgedöns und das andere ist halt die Season. Ja, okay. Hauptsache viele Punkte, um den Spieler glücklich zu machen. Genau, so ist es. Cool, schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine, ne? Jawoll. Moment, ich muss mir Stuff abholen. Moment, dann ändere ich mein Outfit. Jetzt wird es aber bei mir auch langsam wieder warm, hey. Also ich habe erst heute Abend die ganzen Fenster zurückgemacht, weil ich dann gemerkt habe, über Nacht, dass... Ich habe erstmal alles offen gelassen und dann gemerkt, wo ich gelingen bin, ah, jetzt ist es aber kalt und es ist jetzt frisch. Und dann, und heute Morgen mache ich alle Fenster auf, lift so gut durch und denke mal, ja, okay, heute wird es ein bisschen frischer und jetzt merke ich es aber auch wieder jetzt zwei ungefähr, ja, Schulter warm, Schulterventilator aufstellen, äh, Ja, muss ich auch machen. Furchtbar. Ich habe aber nur Angst, dass man ihn hört, wenn ich den an mache. Barry hat auch, glaube ich, die ganze Zeit, der ist die ganze Zeit an der Stufe 1 allerdings erst. Ah, okay. Stufe 3 würde ich hier weggeweht werden. Ich war auch bei Stufe 2. Noch werde ich nicht beblasen bis jetzt. Torhunger, Ende. Einfach laufen und gewinnen. Aber auf das Mario-Fußballspiel freue ich mich extrem. Wobei ich sagen muss, ich habe mal so ein bisschen ein Video gesehen von einem ganzen Spiel, das Feld scheint echt klein zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Und wenig Charaktere. Ja, DLC. Ja, gut. Oder halt, äh, nachliefert, wie das halt bei, bei Golf und bei Dings noch war. Fände ich nice, wenn die das machen, wie bei Tennis und Golf. Ja. Wobei ich direkt Daisy vermisse. Ich habe Daisy immer gern gespielt bei den Strikers. Aber haben die da überhaupt verschiedene Eigenschaften? Ich dachte, da arbeiten die doch mit so Ausrüstungsgegenständen und haben die doch in dem Antwender gezeigt. Wir arbeiten mit Ausrüstungsgegenständen. Da sind die Charakter-Stats doch relativ egal eigentlich, oder? Ich glaube, das geht dann nur noch um Ästhetik jetzt mittlerweile. Ja. Ehrigkeiten kann man auch so ausrüsten. Und da kann man irgendwie ein Team machen und zusammen dann online spielen. Das ist halt mega geil. Da freue ich mich drauf. Das würde mich auch jucken, ja. Ich glaube, ein bisschen draus, ja. Dann machen wir halt noch eine. Ja, okay. War ja so schnell. Aber wenn wir jetzt in der ersten Runde rausfliegen, dann war es das wirklich. Ich habe auch beim Trailer von Malus Strikers Football gesehen, wie Frank Brussmann das kommentiert hat. Echt? Wir haben extra ein Video rausgebracht, wo das Frank Brussmann kommentiert hat. Oh mein Gott. Der Bushi. Guck das mal raus. Ja, das gucke ich mir an. Also nicht das Video, aber das Spiel. Wobei ich mich frage, wie das funktioniert. Ich meine, gut, wir kennen jetzt uns drei und vielleicht Trikots noch, wenn der Zeit hat, wovon ich nicht ausgehe. Können an so ein Team machen. Aber wie sieht das denn aus, wenn du so ein Lauch bist ohne Leute? Ja gut, dann wechselst du halt wieder Charakter wie bei jedem traditionellen Fußballspiel. halt, ne? Ne, aber dann kannst du ja diesen Team-Modus gar nicht machen. Das meine ich. Wiktinix schaut noch zu bei mir. Irgendwie. Ja, dann ja stimmt, Wiktinix muss noch grad raus. Ne, das meine ich jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt der Zellos. Du bist total motiviert, ne? Du willst diesen Team-Modus. So wie ich das verstanden habe, machst du einen Verein online und bist letztendlich heute in diesem Verein ein. Das ist sozusagen deine Gilde, sozusagen dein Clan, wie er das unterstelle. Aber das ist ja, klingt erstmal gut, aber wir wissen ja, wie das bei Nintendo ist. Denk an Mario Kart 8 mit den eigenen Online-Turnieren. Da findest du dann nie Leute und dann hast du irgendwie vier Teams oder so? Ne, du bildest dann halt an der Stelle eine Gruppe und dann hast du halt wahrscheinlich so einen lustigen Icon einfach vor deinem Namen und dann spielst du halt einfach für deinen... Wir müssen auf jeden Fall den Gentle Idiot FC aufbauen. Ganz natürlich, selbstverständlich. Das mache ich dann instant, sobald das Spiel draußen ist und ich habe online, dann wird das instant gemacht. Sehr gut. Nee, da freue ich mich drauf, das Spiel. Da freue ich mich echt drauf. Aber sonst... Das Einzige, was sich halt befürchtet, man kann halt jetzt nicht irgendwelche Custom-Avatare reinmachen an der Stelle. Also müssen wir uns mit irgendeinem Viech begnügen von Nintendo. Ja, ist doch egal. Müssen wir uns noch einigen was? Tot. Das... Ich will erst mal mit einem warten. Ausreichend Xino. Ich muss noch für andere Stuff sparen. Das erste Logo oben links, was es gibt. Das erste Logo oben links, das ist ja automatisch Mario. Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Denkst du mal. Okay, dann nimm das dritte von unten rechts. Okay. Das ist bestimmt Mario. Das merke ich mir und das ist wahrscheinlich irgendein Item oder sowas. Ja, eine Münze oder ein Fragezeichen-Flock. Torwart. Nee. Oh, geil. Ich freue mich so. Eigentlich hätte ich mal auch Lust, das Gamecube-Spiel noch mal zu spielen. Vielleicht. Aber das Problem ist, da muss man erst mal alles aufbauen. Also, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch verstanden habe, du machst einfach dein Team zusammen aus vier irgendwelchen random Mario-Charakteren. Nee, ich meine jetzt, wenn ich jetzt das Gamecube-Spiel spielen wollen würde, da müsste ich meine Wii aufbauen. Oder mein... Ja, Gamecube habe ich nicht mehr Wii. Installier dir Dolphin, machst du leichter. Habe ich doch. Ich wollte es noch nicht sagen. Wobei, das ist ja nicht mal illegal. Ich habe das Spiel original hier im Schrank. Es ist empfohlen von Philipp Lahm. Also... Genau, das sage ich doch, ja. Machst du Dolphin drauf, chillst dich. Oh, Alter, ich habe abgekürzt. Da ist der Typ. Und dann müssen wir erst mal rausfinden, von welcher Position man immer zu 100% ein Tor schießt. Wichtig, das ist deine Aufgabe. Tag und Nacht. Ich kenne mich, ich hasse Fußball. Aber Mario-Fußball ist ein anderes als Fußball. Das ist ein guter Punkt, tatsächlich. Das ist deine Aufgabe, um 0 Uhr morgens aufzustehen und alle Positionen der Map zu checken, von wo man immer zu 100% ein Tor schießt. Ich bin... Also, was die... Oh, ganz knapp weitergekommen. Ich habe mich übelst angestellt. Also, was ich bei den Charakteren finde, ich finde es jetzt vielleicht... Gut, ich bin ein Boomer, was das betrifft. Ich würde gerne alle Charakteren... Du bist zu jung für einen Boomer. Ja, das will ich auch haben. Und ich hoffe, dass es auch so ist. Wie das bei Mario Golf und Mario Tennis war und so, das hat mir jetzt nicht unbedingt gefallen, tatsächlich, dass es irgendwie so wöchentlich oder nach einem... Ach so, das war es so, ja. ...und das rauskommt mit neuen Charakteren. Ich fühle mich so gezwungen, die freizuspielen. Richtig, ja. Ich hätte lieber einfach so, während ich sowieso dann am Zocken bin, einfach einen neuen Charakter freigeschalten. So, bumm, übrigens jetzt hast du Yoshi. Ja. Oder dass man einfach alle hat. Oder man hat gleich von Anfang an alle, genau. Also, ich weiß nicht. Ich meine, Rosalina wird bei mir sowieso instant im Team sein, weil es halt Rosalina, aber ansonsten, ja, weiß ich noch nicht. Luigi, bester Mann. Ich mag immer dieses System, dass du so viel freischalten kannst, wie du, wie es nur geht. Also, bei Smash habe ich das auch immer gefeiert. Du hast einzelne Matches gespielt, direkt in den Charakter. wenn du es nebenbei freischaltest, gefällt mir das einfach. Ja. Ja. Wenn du so einfach gesagt bekommst, ja, jetzt musst du 20 Runden Turniere spielen, dann... Ja, wie bei Tekken. Tekken ist für mich das absolute Negativbeispiel in den alten Spiel, wenn man da Charaktere freischaltet. Mit jedem Charakter so einen Arcade-Modus zu schaffen, mit zehn Kämpfen, mit je zwei Runden. Ja. Und dann wahrscheinlich nicht nur einmal durchschaffen, sondern mehrmals. Ja, dann drückst du halt bei Eddy statt X Start, um King zu spielen, oder wie der hieß. Mhm. Deswegen auch diese Anekdote mit der Playzone und dem Speicherstand von Tekken-Tek-Tournament, weil da hatte ich keinen Bock, das nochmal alles freizuspielen. Ja, verstehe ich absolut. Absolut. Wer von euch lebt eigentlich mal auf? Ich. Very. Und der Victinix. Aber ich bin schon zweimal sehr knapp fast gestorben. Das hättest du fast gejinxt, Helos. I'm sorry. Wow, Victinix, Wahnsinn. Ole. Oh, 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 oh. Ich bin nur ein NPC. Wir dürfen nicht angreifen. Alter, der wollte gerade auf mich zulaufen. Ich bin nur ein NPC, greif mich nicht an, nein. Ich bin nur ein NPC, ich versuche mich anzugreifen. Wer ist noch drin? Victinix ist noch drin. Ja. Victinix ist noch drin und du bist noch drin. Okay, dann kannst du irgendwas googeln. Was wollen wir denn wissen? Ja, dann sag mal. Ich will dieses Verhältnis vom Epic Games zu Steam haben. Wie viel die... Die größer. Ja, vom Umsatz oder vom User-Zahlen oder... Steam ist größer. Ja, natürlich ist Steam größer. Ich will wissen, wie viele Epic Games den jetzt schon weggenommen hat. Um wie viel vor allen Dingen? Ja, das wäre ich jetzt auch mal. Weil die sind ja von Null angefangen. Die hätten ja, glaube ich, Fortnite als erstes, ne? Ja. Ich hätte gerne irgendeine lustige Statistikseite an der Stelle. Ich sage 10 bis 20 Prozent, schätze ich. Weil viel... PC sind halt viele konservative Spieler, die seit 10 Jahren immer nur ein Spiel spielen und die wechseln nicht die Plattform. Ich habe weniger als 20 gesagt. Die haben halt viel Marketing gemacht und du kriegst halt immer ein Spiel umsonst, ne? Wobei, dann sage ich vielleicht sogar 30. Ist halt die Frage, aktive Spielerzahlen kannst du jetzt wahrscheinlich nicht als Größe nehmen, weil sich ja dann jeder wie wir da einfach nur einloggt. Du brauchst wahrscheinlich Umsatzzahlen. Die Nutzeranzahl, die registriert ist oder sowas. Ja, das bringt ja nichts, weil da gibt es ja Leute wie ich, die sich jede Woche sich nur einmal einloggen, um ein Spiel zu holen, was sie nicht spielen. Na, jetzt findest du einmal SteamDB oder findest du halt nur die ganzen Steam-Spiele, das ist schon klar. Nein! Ey! Hey, nein, ich wurde einmal getroffen, jetzt fand ich... Erster, easy. Oh, wirklich nichts für zweiter, nice. Oh, ey, spring, spring, spring. Ne, dritter, vierter. Oh mein Gott. Dieser eine Drecksholzstock. Der hat mich komplett nach hinten gefeuert. Hätte ich deswegen verloren. Ich wäre direkt Holzhacken gegangen. Kann ich verstehen. Ich muss meine Wut an Holz rauslassen. Und viele sind jetzt noch... Oh, kommt schon das Finale jetzt vielleicht? Die Leute sind raus. Ah, jetzt kommt erst noch ein dämliches Teamspiel. Wahrscheinlich dieses dämliche Basketballspiel, was alle hassen. Und dann... Ja, wir sind in einem Team, wir können, glaube ich, nicht gegeneinander spielen. Das ist nicht wie bei Splatoon, wo man nicht mit Freunden spielen darf. Hier ist mein... Ja. Was ist das denn? Ach, schon das Finale. Ach, sogar das Tempel da rennt. Ja gut, da können wir auch würfeln, wer gewinnt. Ich würfel eine 6. Ich würfel mehr als eine 6. Verdammt. Okay, damit hast du gewonnen. Ja, das ist halt ein dummes Finalspiel. Ich flirte mit dem Gastwirt an der Stelle. Und würfel. Eine 12. Oh, hallo. Gastwirt weicht aus, weil er eine 4 gewürfelt hat. Mein Flirtversuch. Flirtversuch wurde abgeblaucht, außer wenn du eine 5 würfelst. Also ich finde jetzt keine wirklich schöne Statistik tatsächlich. Es geht jetzt mehr in die Richtung so Zeitungsartikelmäßig so. Okay. Ich halte leider nichts so wirklich schöne Zahlen. Ist okay. Eigentlich im Prinzip ist sich jeder einig, dass Steam tausendmal größer ist und ja, du findest bei Steam auch für Steam auch richtige so Statistik-Datenbank. Also wo es dann halt wirklich nach Spiel aufgelistet ist, wie viele Leute sind tatsächlich dort unterwegs und so. Und wer hat es geworden? Nicht schnell. Ich finde dieses Finalspiel ist halt doof, sorry. Ja, einverstanden. Mag es auch nicht. Ich habe auch auf uns schon mal ein paar Cheater gesehen tatsächlich auch bei dem Spiel, bei dem Finalspiel. Die dann einfach plötzlich ein Speedhack drin hatten und waren dreimal so schnell als alle anderen. Ja, oder geflogen. Na gut. Na gut. Dann nehmen wir hier mal noch die Belohnungen alle an. Was auch immer? Ja, Baby. Die Ente läuft ganz nervös hin und her. So, ja, wir haben mal das Abholen. Ja, ich habe kurz vor dem Laufscheiße. Da fehlt noch eine. Ja, das ist ernst. Eine Hippie-Fee fehlt mir noch. Guti, dann mache ich den Stream hier mal aus. Man sieht sich. Tschüssi. Einen wunderschönes Wochenende. Einen wunderschönes